Alphonse Klinner, der Polizist von Twan, fand am Morgen des 3. November 1948 dort, wo die Straße von Lombon, eines der Tessenbergdörfer aus dem Walde der Twanbach-Schlucht hervortritt, einen blauen Mercedes, der am Straßenrande stand. Es herrschte Nebel, wie oft in diesem Spätherbst, und eigentlich war Klinner am Wagen schon vorbeigegangen, als er doch wieder zurückkehrte. Es war ihm nämlich beim Vorbeischreiten gewesen, nachdem er flüchtig durch die trüben Scheiben des Wagens geblickt hatte, als sei der Fahrer auf das Steuer niedergesunken. Er glaubte, dass der Mann betrunken sei, denn als ordentlicher Mensch kam er auf das nächstliegende. Er wollte daher dem Fremden nicht amtlich, sondern menschlich begegnen. Er trat mit der Absicht, ans Automobil den Schlafenden zu wecken, ihn nach Twan zu fahren und dem Hotel Bären bei schwarzem Kaffee und einer Mehlsuppe nüchtern werden zu lassen. Denn es war zwar verboten, betrunken zu fahren, aber nicht verboten, betrunken in einem Wagen, der am Straßenrande stand, zu schlafen. Klinner öffnete die Wagentüre und legte dem Fremden die Hand väterlich auf die Schultern. Er bemerkte jedoch im gleichen Augenblick, dass der Mann tot war. Die Schläfen waren durchschossen. Auch sah Klinner jetzt, dass die rechte Wagentüre offen stand. Im Wagen war nicht viel Blut, und der dunkelgraue Mantel, den die Leiche trug, schien nicht einmal beschmutzt. Aus der Manteltasche glänzte der Rand einer gelben Brieftasche. Klinner, der sie hervorzog, konnte ohne Mühe feststellen, dass es sich beim Toten um Ulrich Schmid handelte, Polizeileutnant der Stadt Bern. Klinner wusste nicht recht, was er tun sollte. Als Dorfpolizist war ihm ein so blutiger Fall noch nie vorgekommen. Er lief am Straßenrande hin und her. Als die aufgehende Sonne durch den Nebel brach und den Toten beschien, war ihm das unangenehm. Er kehrte zum Wagen zurück, hob den grauen Filzhut auf, der zu Füßen der Leiche lag, und drückte ihr den Hut über den Kopf so tief, dass er die Wunde an den Schläfen nicht mehr sehen konnte. Dann war ihm wohler. Der Polizist ging wieder zum anderen Straßenrand, der gegen Twann lag, und wischte sich den Schweiß von der Stirne. Dann fasste er einen Entschluss. Er schob den Toten auf den zweiten Vordersitz, setzte ihn sorgfältig aufrecht, befestigte den leblosen Körper mit einem Lederriemen, den er im Wageninnern gefunden hatte, und rückte selbst ans Steuer. Der Motor lief nicht mehr, doch brachte Klinner den Wagen ohne Mühe die steile Straße nach Twann hinunter vor den Bären. Dort ließ er tanken, ohne dass jemand in der vornehmen und unbeweglichen Gestalt einen Toten erkannt hätte. Das war Klinner, der Skandale hasste nur recht, und so schwieg er. Wie er jedoch den See entlang gegen Biel fuhr, verdichtete sich der Nebel wieder, und von der Sonne war nichts mehr zu sehen. Der Morgen wurde finster wie der letzte Tag. Klinner geriet mitten in eine lange Automobilkette, ein Wagen hinter dem anderen, die aus einem unerklärlichen Grunde noch langsamer fuhr, als es in diesem Nebel nötig gewesen wäre. Er war fast ein Leichenzug, wie Klinner unwillkürlich dachte. Der Tote saß bewegungslos neben ihm, und nur manchmal, bei einer Unebenheit der Straße etwa, nickte er mit dem Kopf, wie ein alter, weiser Chinese, sodass Klinner es immer weniger zu versuchen wagte, die anderen Wagen zu überholen. Sie erreichten Biel mit großer Verspätung. Während man die Untersuchung der Hauptsache nach von Biel aus einleitete, wurde in Bern der traurige Fund Kommissär Berlach übergeben, der auch Vorgesetzter des Toten gewesen war. Berlach hatte lange im Auslande gelebt und sich in Konstantinopel und dann in Deutschland als bekannter Kriminalist hervorgetan. Zuletzt war er der Kriminalpolizei Frankfurt am Main vorgestanden. Doch kehrte er schon 1933 in seine Vaterstadt zurück. Der Grund seiner Heimreise war nicht so sehr seine Liebe zu Bern, dass er oft sein goldenes Grab nannte, sondern eine Ohrfeige gewesen, die er einem hohen Beamten der damaligen neuen deutschen Regierung gegeben hatte. In Frankfurt wurde damals über diese Gewalttätigkeit viel gesprochen und in Bern bewertete man sie, je nach dem Stand der europäischen Politik, zuerst als empörend, dann als verurteilungswert, aber doch noch begreiflich und endlich sogar als die einzige für einen Schweizer mögliche Haltung. Dies aber erst 1945. Das Erste, was Berlach im Fall Schmid tat, war, dass er anordnete, die Angelegenheit, die ersten Tage geheim zu behandeln. Eine Anordnung, die er nur mit dem Einsatz seiner ganzen Persönlichkeit durchzubringen vermochte. Man weiß zu wenig, und die Zeitungen sind sowieso das Überflüssigste, was in den letzten 2000 Jahren erfunden worden ist, meinte er. Berlach schien sich von diesem geheimen Vorgehen offenbar viel zu versprechen, im Gegensatz zu seinem Chef, Dr. Lucius Lutz, der auch auf der Universität über Kriminalistik las. Dieser Beamte, in dessen stadtbernisches Geschlecht ein Basler Erbonkel wohltuend eingegriffen hatte, war eben von einem Besuch der New Yorker und Chicagoer Polizei nach Bern zurückgekehrt und erschüttert über den vorweltlichen Stand der Verbrecherabwehr der schweizerischen Bundeshauptstadt, wie er zu Polizeidirektor Freiberger anlässlich einer gemeinsamen Heimfahrt im Tram offen sagte. Noch am gleichen Morgen ging Berlach, nachdem er noch einmal mit Biel telefoniert hatte, zu der Familie Schönler an der Bantikerstraße, wo Schmid gewohnt hatte. Berlach schritt zu Fuß die Altstadt hinunter und über die Niedeckbrücke, wie er es immer gewohnt war, denn Bern war seiner Ansicht nach eine viel zu kleine Stadt für Trams und dergleichen. Die Haspeltreppen stieg er etwas mühsam hinauf, denn er war über 60 und spürte das in solchen Momenten. Doch befand er sich bald vor dem Hause Schönler und läutete. Es war Frau Schönler selbst, die öffnete, eine kleine, dicke, nicht unvornehme Dame, die Berlach sofort einließ, da sie ihn kannte. »Schmid musste diese Nacht dienstlich verreisen. Ganz plötzlich musste er gehen und er hat mich gebeten, ihm etwas nachzuschicken. Ich bitte Sie, mich in sein Zimmer zu führen, Frau Schönler.« Die Dame nickte und sie gingen durch den Korridor an einem großen Bilde in schwerem Goldrahmen vorbei. Berlach schaute hin. Es war die Toteninsel. »Wo ist Herr Schmid denn?« fragte die dicke Frau, indem sie das Zimmer öffnete. »Im Ausland«, sagte Berlach und schaute nach der Decke hinauf. Das Zimmer lag zu ebener Erde und durch die Gartentüre sah man in einem kleinen Park, in welchem alte braune Tannen standen, die krank sein mussten, denn der Boden war dicht mit Nadeln bedeckt. Es musste das schönste Zimmer des Hauses sein. Berlach ging zum Schreibtisch und schaute sich aufs Neue um. Auf dem Divan lag eine Krawatte des Toten. »Herr Schmid ist sicher in den Tropen, nicht wahr, Herr Berlach?« fragte ihn Frau Schönler neugierig. Berlach war etwas erschrocken. »Nein, er ist nicht in den Tropen, er ist mehr in der Höhe.« Frau Schönler machte runde Augen und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. »Mein Gott, im Himalaya!« »So ungefähr.« »Sie haben es beinahe erraten.« Er öffnete eine Mappe, die auf dem Schreibtisch lag und die er sogleich unter den Arm klemmte. »Sie haben gefunden, was Sie Herrn Schmid nachschicken müssen.« »Das habe ich.« Er schaute sich noch einmal um, vermied es aber, ein zweites Mal nach der Krawatte zu blicken. »Er ist der beste Untermieter, den wir je gehabt haben. Und nie gab's Geschichten mit Damen oder so.« versicherte Frau Schönler. Berlach ging zur Türe. »Hin und wieder werde ich einem Beamten schicken oder selber kommen. Schmid hat noch wichtige Dokumente hier, die wir vielleicht brauchen.« »Werde ich von Herrn Schmid eine Postkarte aus dem Ausland erhalten? Mein Sohn sammelt Briefmarken.« Aber Berlach runzelte die Stirne und bedauerte, indem er Frau Schönler nachdenklich ansah. »Wohl kaum. Denn von solchen dienstlichen Reisen schickt man gewöhnlich keine Postkarten. Das ist verboten.« Da schlug Frau Schönler aufs Neue die Hände über dem Kopf zusammen und meinte verzweifelt. »Was die Polizei nicht alles verbietet?« Berlach ging und war froh, aus dem Hause hinaus zu sein. Tief in Gedanken versunken aß er gegen seine Gewohnheit nicht in der Schmiedstube, sondern im Dütheatre zu Mittag. Aufmerksam in der Mappe blätternd und lesend, die er von Schmieds Zimmer geholt hatte, und kehrte dann nach einem kurzen Spaziergang über die Bundesterrasse gegen zwei Uhr auf sein Büro zurück, wo ihn die Nachricht erwartete, dass der tote Schmied nun von Biel angekommen sei. Er verzichtete jedoch darauf, seinem ehemaligen Untergebenen einen Besuch abzustatten, denn er liebte Tote nicht und ließ sie daher meistens in Ruhe. Den Besuch bei Lutz hätte er auch gern unterlassen, doch musste er sich fügen. Er verschloss Schmieds Mappe sorgfältig in seinem Schreibtisch, ohne sie noch einmal durchzublättern, zündete sich eine Zigarre an und ging in Lutzens Büro, wohl wissend, dass sich der jedes Mal über die Freiheit ärgerte, die sich der Alte mit seinem Zigarrenrauchen herausnahm. Nur einmal vor Jahren hatte Lutz eine Bemerkung gewagt, aber mit einer verächtlichen Handbewegung hatte Berlach geantwortet, er sei unter anderem zehn Jahre in türkischen Diensten gestanden und habe immer in den Zimmern seiner Vorgesetzten in Konstantinobel geraucht, eine Bemerkung, die umso gewichtiger war, als sie nie nachgeprüft werden konnte. Dr. Lutzius Lutz empfing Berlach nervös, da seiner Meinung nach noch nichts unternommen worden war und wies ihm einen bequemen Sessel in der Nähe seines Schreibtisches an. Noch nichts aus Biel? Noch nichts. Merkwürdig. Dabei arbeiten die doch wie wild. Berlach setzte sich und sah flüchtig nach den Traffeli-Bildern, die an den Wänden hingen, farbige Federzeichnungen, auf denen bald mit und bald ohne General unter einer großen, flatternden Fahne Soldaten entweder von links nach rechts oder von rechts nach links marschierten. Es ist wieder einmal mit einer immer neuen, steigenden Angst zu sehen, wie sehr die Kriminalistik in diesem Lande noch in den Kinderschuhen steckt. Ich bin, weiß Gott, an vieles im Kanton gewöhnt. Aber das Verfahren, wie man es hier einem toten Polizeileutnant gegenüber offen war, für natürlich ansieht, wirft ein so schreckliches Licht auf die berufliche Fähigkeit unserer Dorfpolizei, dass ich noch jetzt erschüttert bin. Beruhigen Sie sich, Dr. Lutz. Unsere Dorfpolizei ist ihrer Aufgabe sicher ebenso sehr gewachsen wie die Polizei von Chicago. Und wir werden schon noch herausfinden, wer den Schmied getötet hat. Haben Sie irgendwen im Verdacht, Kommissär Berlach? Berlach sah Lutz lange an und sagte endlich, Ja, ich habe irgendwen im Verdacht, Dr. Lutz. Wen denn? Das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Nun, das ist ja interessant. Ich weiß, dass Sie immer bereit sind, Kommissär Berlach, einen Fehlgriff gegen die großen Erkenntnisse der modernen wissenschaftlichen Kriminalistik zu beschönigen. Vergessen Sie jedoch nicht, dass die Zeit fortschreitet und auch vor dem berühmtesten Kriminalisten nicht Halt macht. Ich habe in New York und Chicago Verbrechen gesehen, von denen Sie in unserem lieben Bern doch wohl nicht die richtige Vorstellung haben. Nun ist aber ein Polizeileutnant ermordet worden. Das sichere Anzeichen, dass es auch hier im Gebäude der öffentlichen Sicherheit zu krachen beginnt. Und da heißt es rücksichtslos eingreifen. Gewiss, das tue er ja auch, antwortete Berlach. Na dann sei es ja gut, entgegnete Lutz und hustete. An der Wand tickte eine Uhr. Berlach legte seine linke Hand sorgfältig auf den Magen und drückte mit der Rechten die Zigarre im Aschenbecher aus, den ihm Lutz hingestellt hatte. Er sei, sagte er, seit längerer Zeit nicht mehr so ganz gesund. Der Arzt wenigstens mache ein langes Gesicht. Er leide oft an Magenbeschwerden und er bitte deshalb Dr. Lutz, ihm einen Stellvertreter in der Mordsacher Schmied beizugeben, der das Hauptsächliche ausführen könnte. Berlach wolle dann den Fall mehr vom Schreibtisch aus behandeln. Lutz war einverstanden. Wen denken Sie sich als Stellvertreter? Chance. Er ist zwar noch in den Ferien im Berner Oberland, aber man kann ihn ja heimholen. Ich bin mit ihm einverstanden. Chance ist ein Mann, der immer bemüht ist, kriminalistisch auf der Höhe zu bleiben. Dann wandte er Berlach den Rücken zu und schaute zum Fenster auf den Waisenhausplatz hinaus, der voller Kinder war. Plötzlich überkam ihn eine unbändige Lust, mit Berlach über den Wert der modernen wissenschaftlichen Kriminalistik zu disputieren. Er wandte sich um, aber Berlach war schon gegangen. Wenn es auch schon gegen fünf ging, beschloss Berlach doch noch an diesem Nachmittag nach Thwan zum Tatort zu fahren. Er nahm Blatter mit, einen großen, aufgeschwemmten Polizisten, der nie ein Wort sprach, den Berlach deshalb liebte und der auch den Wagen führte. In Thwan wurden sie von Klenner empfangen, der ein trotziges Gesicht machte, da er einen Tadel erwartete. Der Kommissär war jedoch freundlich, schüttelte Klenner die Hand und sagte, dass es ihn freue, einen Mann kennenzulernen, der selber denken könne. Klenner war über dieses Wort stolz, obgleich er nicht recht wusste, wie es vom Alten gemeint war. Er führte Berlach die Straße gegen den Tessenberg hinauf zum Tatort. Blatter trottete nach und war mürrisch, weil man zu Fuß ging. Berlach verwunderte sich über den Namen Lamboin. Lamlingen heißt es auf Deutsch. So, so, das ist schöner. Sie kamen zum Tatort. Die Straßenseite zu ihrer rechten lag gegen Thwan und war mit einer Mauer eingefasst. Wo bei der Wagen, Klenner? Hier, antwortete der Polizist und zeigte auf die Straße. Fast in der Straßenmitte. Und da Berlach kaum hinschaute? Vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte den Wagen mit dem Toten noch hier stehen lassen. Wieso? sagte Berlach und schaute die Jura-Felsen empor. Tote schafft man so schnell als möglich fort. Die haben nichts mehr unter uns zu suchen. Sie haben schon recht getan, den Schmied nach Biel zu führen. Berlach trat an den Straßenrand und sah nach Thwan hinunter. Nur Weinberge lagen zwischen ihm und der alten Ansiedlung. Die Sonne war schon unter gegangen. Die Straße krümmte sich wie eine Schlange zwischen den Häusern und am Bahnhof stand ein langer Güterzug. Hat man denn nichts gehört da unten, Kleiner? Das Städtchen ist doch ganz nah. Da müsste man jeden Schuss hören. Man hat nichts gehört aus den Motoren, die nach durchlaufen. Aber immer noch. Er sah wieder auf die Rebberge. Wie ist der Wein dieses Jahr, Kleiner? Gut. Wir können ihn ja dann versuchen. Das ist wahr. Ein Glas neuen möchte ich jetzt gerne trinken. Und er stieß mit seinem rechten Fuß auf etwas Hartes. Er bückte sich und hielt ein vorne breit gedrücktes längliches kleines Metallstück zwischen den hageren Fingern. Kleiner und Blatter sahen neugierig hin. Eine Revolverkugel. Wie Sie das wieder gemacht haben, Herr Kommissär? Das ist nur Zufall, sagte Berlach und sie gingen nach Twan hinunter. Der neue Twaner schien Berlach nicht gut getan zu haben, denn er erklärte am nächsten Morgen, er habe die ganze Nacht erbrechen müssen. Lutz, der dem Kommissär auf der Treppe begegnete, war über dessen Befinden ehrlich besorgt und riet ihm, zum Arzt zu gehen. Schon, schon, brummte Berlach und meinte, er liebe die Ärzte noch weniger als die moderne wissenschaftliche Kriminalistik. In seinem Büro ging es ihm besser. Er setzte sich hinter den Schreibtisch und holte die eingeschlossene Mappe des Toten hervor. Berlach war noch immer in die Mappe vertieft, als ich um zehn Uhr Chance bei ihm meldete, der schon am Vortag spät nachts aus seinen Ferien heimgekehrt war. Berlach fuhr zusammen, denn im ersten Moment glaubte er, der tote Schmied komme zu ihm. Chance besprechen. Sie sollen ihn in der Hauptsache nach übernehmen. Ich bin nicht zu gesund. Ja, ich weiß Bescheid. Chance setzte sich, nachdem er den Stuhl an Berlachs Schreibtisch gerückt hatte, auf den er nun den linken Arm legte. Auf dem Schreibtisch war die Mappe Schmieds aufgeschlagen. Berlach lehnte sich in seinen Sessel zurück. Ihnen kann ich es ja sagen, ich habe zwischen Gute und Schlechte. Viele waren nicht besser als das arme Gesindel, mit dem wir die Gefängnisse aller Art bevölkern, nur, dass sie zufällig auf der anderen Seite des Gesetzes standen. Aber auf den Schmied lasse ich nichts kommen. Der war der Begabteste. Der war berechtigt, uns alle einzustecken. Er war ein klarer Kopf, der wusste, was er wollte, und verschwieg, was er wusste, um nur dann zu reden, wenn es nötlich war. An dem müssen wir uns ein Beispiel nehmen, Chance. Der war uns über. Chance wandte seinen Kopf langsam Berlach zu, denn er hatte zum Fenster hinaus gesehen und sagte, das ist möglich. Berlach sah es ihm an, dass er nicht überzeugt war. Wir wissen nicht viel über seinen Tod. Diese Kugel, das ist alles. fuhr der Kommissär fort und damit legte er die Kugel auf den Tisch, die er in Twan gefunden hatte. Chance nahm sie und schaute sie an. Die kommt aus einem Armeerevolver, sagte er und gab die Kugel wieder zurück. Berlach klappte die Mappe auf seinem Schreibtisch zu. Vor allem wissen wir nicht, was Schmid in Twan oder Lammlingen zu suchen hatte. Dienstlich war er tief, dass seine Reise dorthin auch nur ein wenig wahrscheinlich machen würde. Chance hörte auf das, was Berlach sagte, nur halb hin, legte ein Bein über das andere und bemerkte, wir wissen nur, wie Schmid ermordet wurde. Wie wollen sie das nun wieder wissen? fragte der Kommissär, nicht ohne Überraschung, nach einer Pause. Schmid Wagen hat das Steuer links und sie haben die Kugel am linken Straßenrand gefunden, vom Wagen aus gesehen. Dann hat man in Twan den Motor die Nacht durchlaufen gehört. Schmid wurde vom Mörder angehalten, wie er von Lomboy nach Twan hinunter fuhr. Wahrscheinlich kannte er den Mörder, weil er sonst nicht gestoppt hätte. Schmid öffnete die rechte Wagentüre, um den Mörder aufzunehmen und setzte sich wieder ans Steuer. In diesem Augenblick wurde er erschossen. Schmid muss keine Ahnung von der Absicht des Mannes gehabt haben, der ihn getötet hat. Berlach überlegte sich das noch einmal und sagte dann, Jetzt will ich mir doch eine Zigarre anzünden. Und darauf, wie er sie in Brand gesteckt hatte, Sie haben recht, Schanz. So ähnlich muss es zugegangen sein zwischen Schmid und seinem Mörder. Ich will Ihnen das glauben. Aber das erklärt immer noch nicht, was Schmid auf der Straße von Twan nach Lammlingen zu suchen hatte. Schanz gab zu bedenken, dass Schmid unter seinem Mantel einen Gesellschaftsanzug getragen habe. Das wusste ich ja gar nicht. Haben Sie den Toten nicht gesehen? Nein, ich liebe Tote nicht. Aber er stand doch auch im Protokoll. Ich liebe Protokolle noch weniger. Schanz schwieg. Berlach jedoch konstatierte, Das macht den Fall nur noch komplizierter. Was wollte Schmid mit einem Gesellschaftsanzug in der Twanbach Schlucht? Das mache den Fall vielleicht einfacher, antwortete Schanz. Es wohnten in der Gegend von Lomboy sicher nicht viele Leute, die in der Lage seien, Gesellschaften zu geben, an denen man einen Fack trage. Er zog einen kleinen Taschenkalender hervor und erklärte, dass dies Schmiedskalender sei. Ich kenne ihn, nickte Berlach. Mir steht nichts drin, was wichtig ist. Schanz widersprach. Schmied hat sich für Mittwoch, den 2. November ein G notiert. An diesen Tage ist er kurz vor Mitternacht ermordet worden, wie der Gerichtsmediziner meint. Ein weiteres G steht am Mittwoch, den 26. und wieder am Dienstag, den 18. Oktober. G kann alles mögliche heißen. Ein Frauenname oder sonst was? Ein Frauenname kann es kaum sein. Schmieds Freundin heißt Anna. Und Schmied war solid. Kommissär zu und wie er sah, dass Schanz über seine Unkenntnis erstaunt war, sagte er, Mich interessiert eben nur, wer Schmieds Mörder ist, Schanz. Der sagte höflich, schüttelte den Kopf und lachte. Was Sie doch für ein Mensch sind, Kommissär Berlach. Ich bin ein großer, alter, schwarzer Krater, der gern Mäuse frisst. Schanz wusste nicht recht, was er darauf erwidern sollte und an den Tagen, die mit G bezeichnet sind, hat Schmied jedes Mal den Frack angezogen und ist mit seinem Mercedes davon gefahren. Woher wissen Sie das wieder? Von Frau Schönlach. So, so, antwortete Berlach und schwieg. Aber dann meinte er, Ja, das sind Tatsachen. Schanz schaute dem Kommissär aufmerksam ins Gesicht, zündete sich eine Zigarette an und sagte zögernd, Herr Dr. Lutz sagte mir, Sie hätten einen bestimmten Verdacht. Ja, den habe ich, Chance. Da ich nun Ihr Stellvertreter in der Mordsache Schmied geworden bin, wäre es nicht vielleicht besser, wenn Sie mir sagen würden, gegen wen sich Ihr Verdacht richtet, Kommissär Berlach. Sind Sie, antwortete Berlach langsam, ebenso sorgfältig jedes Wort überlegen wie Chance? Mein Verdacht ist nicht ein kriminalistisch wissenschaftlicher Verdacht. Ich habe keine Gründe, die ihn rechtfertigen. Sie haben gesehen, wie wenig ich weiß. Ich habe eigentlich nur eine Idee, wer als Mörder in Betracht kommen könnte, aber der, den es angeht, muss die Beweise, dass er es gewesen ist, noch liefern. Wie meinen Sie das, Kommissär? Nun, ich muss warten, bis die Indizien zum Vorschein gekommen sind, die seine Verhaftung rechtfertigen. Wenn ich mit Ihnen zusammenarbeiten soll, muss ich wissen, gegen wen sich meine Untersuchung richten muss. Vor allem müssen wir objektiv bleiben. Das gilt für mich, der ich einen Verdacht habe, und für Sie, der den Fall zur Hauptsache untersuchen wird. Ob sich mein Verdacht bestätigt, weiß ich nicht. Ich wagte Ihre Untersuchung ab. Sie haben Schmieds Mörder festzustellen, ohne Rücksicht darauf, dass ich einen bestimmten Verdacht habe. Wenn der, den ich verdächtige, der Mörder ist, werden Sie selbst auf ihn stoßen, freilich im Gegensatz zu mir auf eine einwandfreie, wissenschaftliche Weise. Wenn er es nicht ist, werden Sie den richtigen gefunden haben, und es wird nicht nötig gewesen sein, den Namen des Menschen zu wissen, den ich falsch verdächtigt habe. Sie schwiegen eine Weile. Dann fragte der Alte, Sind Sie mit unserer Arbeitsweise einverstanden? Chance zögerte einen Augenblick, bevor er antwortete. Gut, ich bin einverstanden. Was wollen Sie nun tun, Chance? Der auszeichnet. Ich will nach Lamboa fahren und sehen, was ich herausfinde. Ich fahre um sieben, zur selben Zeit, wie das Schmied auch immer getan hat, wenn er nach dem Tessenberg gefahren ist. Er kehrte sich wieder um und fragte höflich, aber wie zum Scherz. Fahren Sie mit, Kommissär? Ja, Chance, ich fahre mit. Gut, um sieben, sagte Chance, etwas verwirrt, denn er hatte nicht damit gerechnet. In der Türe kehrte er sich noch einmal um. Sie waren doch auch bei Frau Schönler, Kommissär der Lach. Haben Sie denn dort nichts gefunden? Der Alte antwortete nicht sogleich, sondern verschloss erst die Mappe im Schreibtisch und nahm dann den Schlüssel zu sich. Nein, Chance, ich habe nichts gefunden. Sie können nun gehen, sagte er endlich. Um sieben Uhr fuhr Chance zu Berlach in den Altenberg, wo der Kommissär seit 33 in einem Hause an der Aare wohnte. Es regnete und der schnelle Polizeiwagen kam in der Kurve bei der Niedeckbrücke ins Gleiten. Chance fing ihn jedoch gleich wieder auf. In der Altenberg Straße fuhr er langsam, denn er war noch nie bei Berlach gewesen und spähte durch die nassen Scheiben nach dessen Hausnummer, die er mühsam erriet. Doch regte sich auf sein wiederholtes Hupen niemand im Haus. Chance verließ den Wagen und eilte durch den Regen zur Haustüre. Er drückte nach kurzem Zögern die Falle nieder, da er in der Dunkelheit keine Klingel finden konnte. Die Tür war unverschlossen und Chance trat in den Vorraum. Er sah sich einer halboffenen Türe gegenüber, durch die ein Lichtstrahl fiel. Er schritt auf die Türe zu und klopfte. Er hielt jedoch keine Antwort, worauf er sie ganz öffnete. Er blickte in eine Halle. An den Wänden standen Bücher und auf dem Divan lag Berlach. Der Kommissär schlief, doch er schien schon zur Fahrt an den Bielersee bereit zu sein, denn er war im Wintermantel. In der Hand hielt er ein Buch. Chance hörte seine ruhigen Atemzüge und war verlegen. Der Schlaf des Alten und die vielen Bücher kamen ihm unheimlich vor. Er sah sich sorgfältig um. Der Raum besaß keine Fenster, doch in jeder Wand eine Türe, die zu weiteren Zimmern führen musste. In der Mitte stand ein großer Schreibtisch. Chance erschrak, als er ihn erblickte, denn auf ihm lag eine große, ehrende Schlange. Die habe ich aus Konstantinopel mitgebracht, kam nun eine ruhige Stimme vom Divaner und Berlach erhob sich. sehen, Chance, ich bin schon im Mantel. Wir können gehen. Entschuldigen Sie mich, Sie schliefen und haben mein Kommen nicht gehört. Ich habe keine Klingel an der Haustüre gefunden. Ich habe keine Klingel, ich brauche sie nicht. Die Haustüre ist nie verschlossen. Auch wenn sie fort sind. Auch wenn ich fort bin. Es ist immer spannend heimzukehren und zu sehen, ob einem etwas gestohlen worden ist oder nicht. Chance lachte und nahm die Schlange aus Konstantinopel in die Hand. Mit der bin ich einmal fast getötet worden, bemerkte der Kommissär etwas spöttisch und Chance erkannte erst jetzt, dass der Kopf des Tieres als Griff zu benutzen war und dessen Leib die Schärfe einer Klinge besaß. Verdutzt betrachtete Berlach stand neben ihm. Seid klug wie die Schlangen, sagte er und musterte Chance lange und nachdenklich und sanft wie die Tauben und tippte Chance leicht auf die Schultern. Ich habe geschlafen seit Tagen das erste Mal. Der verfluchte Magen. Ist es denn so schlimm? Ja, es ist so schlimm. Sie sollten zu Hause bleiben, Herr Berlach. Es ist kaltes Wetter und es regnet. Unsinn. Es gilt einen Mörder zu finden. Das könnte Ihnen gerade so passen, dass ich zu Hause bleibe. Wie sie nun im Wagen saßen und über die Niedeckbrücke fuhren, sagte Berlach, warum fahren sie nicht über den Aargauer Stalden nach Zollikofen Chance? Das ist doch näher als durch die Stadt. Weil ich nicht über Zollikofen Biel nach Tvanil, sondern über Kersters Erlach. Nur seine ungewöhnliche Route, Chance. Eine gar nicht so ungewöhnliche, Kommissär. Sie schwiegen wieder. Die Lichter der Stadt glitten an ihnen vorbei. Aber wie sie nach Bethlehem kamen, fragte Chance, Sind sie schon einmal mit Schmied gefahren? Ja, öftens. Er war ein vorsichtiger Fahrer. Und Berlach blickte nachdenklich auf den Geschwindigkeitsmesser, der fast 110 zeigte. Chance mäßigte die Geschwindigkeit ein wenig. Ich bin einmal mit Schmied gefahren, langsam wie der Teufel, und ich erinnere mich, dass er seinem Wagen einen sonderbaren Namen gegeben hatte. Er nannte ihn, als er tanken musste. Können Sie sich an diesen Namen erinnern? Er ist mir entfallen. Er nannte seinen Wagen den blauen Charon. Charon griechischen Sage, nicht wahr? Charon fuhr die Toten in die Unterwelt hinüber, Chance. Schmied hatte reiche Eltern und durfte das Gymnasium besuchen. Das konnte sich uns einer nicht leisten. Da wusste er eben, wer Charon war, und wir wissen es nicht. Berlach steckte die Hände in die Manteltaschen und blickte von neuem auf den Geschwindigkeitsmesser. Ja, Chance, Schmied war gebildet, konnte Kurz nach Gümmenen bei einer Tankstelle hielt der Wagen je an. Ein Mann trat zu ihnen und wollte sie bedienen. Polizei, wir müssen eine Auskunft haben, sagte Chance. Sie sahen undeutlich ein neugieriges und etwas erschrockenes Gesicht, das sich in den Wagen beugte. Hat bei Ihnen ein Autofahrer vor zwei Tagen angehalten, der seinen Wagen den blauen Charon nannte? Der Mann schüttelte verwundert den Kopf und Chance fuhr weiter. Wir werden den nächsten fragen. An der Tankstelle von Kerzers wusste man auch nichts. Berlach brummte, was sie treiben hat keinen Sinn. Bei Erlach hatte Chance Glück. So einer sei am Montag Abend da gewesen, erklärte man ihm. Sehen Sie, jetzt wissen wir, Schmied am Montag Abend über Kerzers ins gefahren ist, meinte Chance, wie sie bei Landeron in die Straße Bogen. Sind Sie sicher? Ich habe Ihnen den lückenlosen Beweis geliefert. Ja, der Beweis ist lückenlos. Aber was nützt Ihnen das, Chance? Das ist nun eben so. Alles, was wir wissen, hilft uns weiter. Da haben Sie wieder einmal recht, sagte darauf der Alte und spähte nach dem Bieler See. Es regnete nicht mehr. Nach Neuville kam der See aus den Nebelfetzen zum Vorschein. Sie fuhren in Ligertz ein. Chance fuhr langsam und suchte die Abzweigung nach Lombor. Nun kletterte der Wagen die Weinberge hinauf. Berlach öffnete das Fenster und blickte auf den See hinunter. Über der Petersinsel standen einige Sterne. Im Wasser spiegelten sich die Lichter und über den See raste ein Motorboot. Spät um diese Jahreszeit, dachte Berlach. Vor ihnen in der Tiefe lag Twann und hinter ihnen Ligertz. Sie nahmen eine Kurve und fuhren nun gegen den Wald, den sie vor sich in der Nacht ahnten. Chance schien etwas unsicher und meinte, vielleicht gehe dieser Weg nur nach Schernelz. Als ihnen ein Mann entgegen kam, stoppte er. Geht es hier nach Lombor? Nur immer weiter und bei der weißen Häuserei am Waldrand rechts in den Wald hinein, antwortete der Mann, der in einer Lederjacke steckte und seinem Hündchen Pfiff, das weiß mit einem schwarzen Kopf im Scheinwerfer Licht tänzelte. Sie verließen die Weinberge und waren bald im Wald. Die Tannen schoben sich ihnen entgegen, endlose Säulen im Licht. Die Straße war schmal und schlecht. Hin und wieder klatschte ein Ast gegen die Scheiben. Rechts von ihnen ging es steil hinunter. Chance fuhr so langsam, dass sie ein Wasser in der Tiefe rauschen hörten. Die Twan-Bach-Schlucht. Auf der anderen Seite kommt die Straße von Twan. Links stiegen Felsen in die Nacht und leuchteten immer wieder weiß auf. Sonst war alles dunkel, denn es war erst Neumond gewesen. Der Weg stieg nicht mehr und der Bach rauschte jetzt neben ihnen. Sie bogen nach links und fuhren über eine Brücke. Vor ihnen lag eine Straße. Die Straße von Twan nach Lamboy. Chance hielt. Er löschte die Scheinwerfer und sie waren in völliger Finsternis. Falls jetzt? Jetzt warten wir. Es ist zwanzig vor acht. Wie sie nun warteten und es acht wurde, aber nichts geschah, sagte Berlach, dass es nun Zeit sei, von Chance zu vernehmen, was er vorhabe. Nichts genau berechnet des Kommissär. Soweit bin ich im Fallschmieden nicht und auch sie tappen ja noch im Dunkeln, wenn sie auch einen Verdacht haben. Ich setze heute alles auf die Möglichkeit, dass es diesen Abend dort, wo Schmied am Mittwoch war, eine Gesellschaft gibt, zu der vielleicht einige Gefahren kommen, denn eine Gesellschaft, bei der man heutzutage den Frack trägt, muss ziemlich groß sein. Das ist natürlich nur eine Vermutung, Kommissär Berlach, aber Vermutungen sind nun einmal in unseren Berufe da, um ihnen nachzugehen. Die Untersuchung über Schmieds Aufenthalt an dem Tessenberg durch die Polizei von Biel, Neuenstadt, Twan und Lambois habe nichts zutage gebracht, warf der Kommissär ziemlich skeptisch in die Überlegungen seines Untergebenen ein. Schmied sei eben einem Mörder zum Opfer gefallen, der geschickter als die Polizei von Biel und Neuenstadt sein müsse, entgegnete Chance. Berlach brummte, wie er das wissen wolle. Ich verdächtige niemanden, aber ich habe Respekt vor dem, der den Schmied getötet hat, insofern hier Respekt am Platz ist. Berlach hörte unbeweglich zu, die Schultern etwas hochgezogen. Und Sie wollen diesen Mann fangen, Chance, vor dem Sie Respekt haben? Ich hoffe, Kommissär. Sie schwiegen wieder und warteten. Da leuchtete der Wald von Twann her auf. Ein Scheinwerfer tauchte sie in grelles Licht. Eine Limousine fuhr an ihnen Richtung Lambon vorbei und verschwand in der Nacht. Chance setzte den Motor in Gang. Zwei weitere Automobile kamen daher, große, dunkle Wagen voller Menschen. Chance fuhr ihnen nach. Der Wald hörte auf. Sie kamen an einem Restaurant vorbei, dessen Schild im Lichter einer offenen Türe stand, an Bauernhäusern, während vor ihnen das Schlusslicht des letzten Wagens leuchtete. Sie erreichten die weite Ebene des Tessenbergs. Der Himmel war reingefegt, riesig brannten die sinkende Vega, die aufsteigende Kapella, Aldebaran und die Feuerflamme des Jupiter am Himmel. Die Straße wandte sich nach Norden und vor ihnen zeichneten sich die dunklen Linien des Spitzbergs und des Chasseralls ab, zu deren Füßen einige Lichter flackerten, die Dörfer Lambois, Diez und Noh. Da bogen die Wagen vor ihnen nach links in einen Feldweg ein und Chance hielt. Er drehte die Scheiben nieder, um sich hinausbeugen zu können. Im Felde draußen erkannten sie undeutlich ein Haus, von Pappeln umrahmt, dessen Eingang erleuchtet war und vor dem die Wagen hielten. Die Stimmen drangen herüber, dann ergoss sich alles ins Haus und es wurde still. Das Licht über dem Eingang erlosch. Sie erwarten niemand mehr, sagte Chance. Berlach stieg aus und atmete die kalte Nachtluft. Es tat ihm wohl und er schaute zu, wie Chance den Wagen über die rechte Straßenseite hinaus halb in die Matte steuerte, denn der Weg nach Lombon war schmal. Nun stieg auch Chance aus und kam zum Kommissär. Sie schritten über den Feldweg auf das Haus im Felde zu. Der Boden war lehmig und Pfützen hatten sich angesammelt. Es hat auch hier geregnet. Dann kamen sie an eine niedere Mauer. Doch war das Tor geschlossen, das sie unterbrach. Seine rostigen Eisenstangen überragten die Mauer, über die sie zum Hause blickten. Der Garten war kahl und zwischen den Pappeln lagen wie große Tiere die Limousinen. Lichter waren keine zu erblicken. Alles machte einen öden Eindruck. In der Dunkelheit erkannten sie mühsam, dass in der Mitte der Gittertüre ein Schild befestigt war. An einer Stelle musste sich die Tafel gelöst haben. Sie hing schräg. Chance ließ die Taschenlampe aufleuchten, die er vom Wagen mitgenommen hatte. Auf dem Schild war ein großes G abgebildet. Sie standen wiederum im Dunkeln. Sehen Sie, meine Vermutung war richtig. Ich habe ins Blaue geschossen und ins Schwarze getroffen. Und dann bat er zufrieden, Geben Sie mir jetzt eine Zigarre, Kommissär. Ich habe eine verdient. Berlach bot ihm eine an. Nun müssen wir noch wissen, was G heißt. Das ist kein Problem. Gastmann. Wieso? Ich habe im Telefonbuch nachgeschaut. Es gibt nur zwei G in Lamboin. Berlach lachte verblüfft, aber dann sagte er, kann es nicht das andere G sein? Nein, das ist die Gendarmerie, oder glauben Sie, ein Gendarmer etwas mit dem Mord zu tun habe? Es ist alles möglich, Chance, antwortete der Alte, und Chance zündete ein Streichholz an, hatte jedoch Mühe, im starken Wind, der jetzt die Pappeln voller Wut schüttelte, seine Zigarre in Brand zu stecken. Er begreife nicht, wunderte sich Berlach, warum die Polizei von Lamboin, Diez und Liniere nicht auf diesen Gastmann gekommen sei, sein Haus läge doch im offenen Feld, von Lamboin aus leicht zu überblicken und eine Gesellschaft sei hier in keiner Weise zu verheimlichen, ja geradezu auffallend, besonders in einem so kleinen Juranest. Schanz antwortete, dass er dafür auch noch keine Erklärung wisse. Darauf beschlossen sie, um das Haus herum zu gehen. Sie trennten sich. Jeder nahm eine andere Seite. Schanz verschwand in der Nacht und Berlach war allein. Er ging nach rechts. Er schlug den Mantelkragen hoch, denn er fror. Er fühlte wieder den schweren Druck auf dem Magen, die heftigen Stiche und auf seiner Stirne lag kalter Schweiß. Er ging der Mauer entlang und bog dann wie sie nach rechts. Das Haus lag noch immer in völliger Finsternis da. Er blieb von neuem stehen und lehnte sich gegen die Mauer. Er sah am Waldrand die Lichter von Lambois, worauf er weiterschritt. Aufs Neue änderte die Mauer ihre Richtung, nun nach Westen. Die Hinterwand des Hauses war erleuchtet, aus einer Fensterreihe des ersten Stockes brach helles Licht. Er vernahm die Töne eines Flügels und wie er näher hinhorchte, stellte er fest, dass jemand Bach spielte. Er schritt weiter. Er musste nun nach seiner Berechnung auf Chance stoßen und er sah angestrengt auf das mit Licht überflutete Feld, bemerkte jedoch zu spät, dass wenige Schritte vor ihm ein aber ein so riesenhaftes Wesen hatte er noch nie gesehen. Obgleich er keine Einzelheiten unterschied, sondern nur die Silhouette erkannte, die sich von der helleren Fläche des Bodens abhob, schien die Bestie von einer so grauen erregenden Art, dass Berlach sich nicht rührte. Er sah, wie das Tier langsam, scheinbar zufällig den Kopf wandte und ihn anstarrte. Die runden Augen blickten wie zwei helle, aber leere Flächen. Das Unvermutete der Begegnung, die Mächtigkeit des Tieres und das Seltsame der Erscheinung lähmten ihn. Zwar verließ ihn die Kühle seiner Vernunft nicht, aber er hatte die Notwendigkeit des Handelns vergessen. Er sah nach dem Tier unerschrocken, aber gebannt. So hatte ihn das Böse immer wieder in seinen Bann gezogen, das große Rätsel, das zu lösen ihn immer wieder aufs Neue verlockte. Und wie nun der Hund plötzlich ansprang, ein riesenhafter Schatten, der sich auf ihn stürzte, ein entfesseltes Ungeheuer an Kraft und Mordlust, so dass er von der Wucht der sinnlos rasenden Bestien niedergerissen wurde, kaum dass er den linken Arm schützend vor seine Kehle halten konnte, gab der Alte keinen Laut von sich und keinen Schrei des Schreckens. So sehr schien ihm alles natürlich und in die Gesetze dieser Welt eingeordnet. Doch schon hörte er, noch bevor das Tier den Arm, der ihm im Rachen lag, zermalmte, das Peitschen eines Schusses. Der Leib über ihm zuckte zusammen und warmes Blut ergoss sich über seine Hand. Der Hund war tot. Schwer lag nun die Bestie auf ihm und Berlach fuhr mit der Hand über sie über ein glattes schweißiges Fell. Er erhob sich mühsam und zitternd wischte die Hand am spärlichen Gas ab. Chance kam und verbarg im näher schreiten den Revolver in der Manteltasche. Sind Sie unverletzt, Kommissär? fragte er und sah misstrauisch nach dessen zerfetztem linkem Ärmel. Völlig. Das Biest konnte nicht durchbeißen. Chance beugte sich nieder und drehte den Kopf des Tieres dem Lichte zu, das sich in den toten Augen brach. Zähne wie ein Raubtier. Das Biest hätte Sie zerrissen, Kommissär. Sie haben mir das Leben gerettet, Chance. Tragen Sie denn nie eine Waffe bei sich? Berlach berührte mit dem Fuß glückliche Masse vor ihm? Selten, Chance, antwortete er, und sie schwiegen. Der tote Hund lag auf der kahlen, schmutzigen Erde, und sie schauten auf ihn nieder. Es hatte sich zu ihren Füßen eine große schwarze Fläche ausgebreitet, Blut, das dem Tier wie ein dunkler Lavastrom aus dem Rachen quoll. der tote hund lebt, lag auf der kahlen, schmutzigen Erde, und sie schauten auf ihn nieder. Es hatte sich zu ihren Füßen eine große, schwarze Fläche ausgebreitet, Blut, das dem Tier wie ein dunkler Lavastrom aus dem Rachen quoll. Wie sie nun wieder aufschauten, bot sich ihnen ein verändertes Bild. Die Musik war verstummt, die erleuchteten Fenster hatte man aufgerissen, und Menschen in Abendkleidern lehnten sich hinaus. Berlach und Schanz schauten einander an, denn es war ihnen peinlich, gleichsam vor einem Tribunal zu stehen, und dies mitten im gottverlassenen Jura, in einer Gegend, wo Hase und Fuchs einander gute Nacht wünschten, wie der Kommissär in seinem Ärger dachte. Im mittleren der fünf Fenster stand ein einzelner Mann, abgesondert von den übrigen, der mit einer seltsamen und klaren Stimme rief, was sie da trieben. »Polizei!« antwortete Berlach ruhig und fügte hinzu, dass sie unbedingt Herrn Gastmann sprechen müssten. Der Mann entgegnete, er sei erstaunt, dass man einen Hund töten müsse, um mit Herrn Gastmann zu sprechen, und im Übrigen habe er jetzt Lust und Gelegenheit, Bach zu hören, worauf er das Fenster wieder schloss. Doch mit sicheren Bewegungen und ohne Hast, wie er auch ohne Empörung, sondern vielmehr mit großer Gleichgültigkeit gesprochen hatte. Von den Fenstern her war ein Stimmengewirr zu hören. Sie vernahmen Rufe wie »Unerhört!« »Was sagen Sie, Herr Direktor?« »Skandalös!« »Unglaublich!« »Diese Polizei!« »Herr Großrat!« Dann traten die Menschen zurück. Ein Fenster um das andere wurde geschlossen. Und es war still. Es blieb den beiden Polizisten nichts anderes übrig, als zurückzugehen. Vor dem Eingang an der Vorderseite der Gartenmauer wurden sie erwartet. Es war eine einzelne Gestalt, die dort aufgeregt hin und her lief. »Schnell Licht machen!«, flüsterte Berlach Chantz zu. Und im aufblitzenden Strahl der Taschenlampe zeigte sich ein dickes, aufgeschwemmtes, zwar nicht unmarkantes, aber etwas einseitiges Gesicht über einem eleganten Abendanzug. An einer Hand funkelte ein schwerer Ring. Auf ein leises Wort von Berlach hin erlosch das Licht wieder. »Wer sind Sie zum Teufel, Manu?« »Kommissar Berlach, sind Sie Herr Gaspmann?« »Nationalrat von Schwendi, Manu.« »Oberst von Schwendi, Herrgottstonner noch einmal. Was fällt Ihnen ein, hier herumzuschießen?« »Wir führen eine Untersuchung durch und müssen Herrn Gaspmann sprechen, Herr Nationalrat.« antwortete Berlach gelassen. Der Nationalrat war aber nicht zu beruhigen. Er donnerte »Wohl Separatist, hm?« Berlach beschloss, ihn bei dem anderen Titel zu nehmen und meinte vorsichtig, dass sich der Herr Oberst irre. Er habe nichts mit der Jura-Frage zu tun. Bevor jedoch Berlach weiterfahren konnte, wurde der Oberst noch wilder als der Nationalrat. »Also Kommunist!«, stellte er fest. »Sternenhagel, er lasse sich's als Oberst nicht bieten, dass man herumschieße, wenn Musik gemacht werde. Er verbitte sich jede Demonstration gegen die westliche Zivilisation. Die schweizerische Armee werde sonst Ordnung schaffen.« Da der Nationalrat sichtlich desorientiert war, musste Berlach zum Rechten sehen. »Chance, was der Herr Nationalrat sagt, kommt nicht ins Protokoll.« Der Nationalrat war mit einem Schlag nüchtern. »In was für ein Protokoll, Manu?« »Als Kommissär von der Berner Kriminalpolizei erläuterte Berlach, müsse er eine Untersuchung über den Mord an Polizeileutnant Schmid durchführen. Es sei eigentlich seine Pflicht, alles, was die verschiedenen Personen auf bestimmte Fragen geantwortet hätten, zu Protokoll zu geben. Aber weil der Herr, er zögerte einen Moment, welchen Titel er jetzt wählen sollte, Oberst offenbar die Lage falsch einschätze, wolle er die Antwort des Nationalrats nicht zu Protokoll geben.« Der Oberst war bestürzt. »Ihr seid von der Polizei?« »Das ist etwas anderes.« »Man solle ihn entschuldigen,« fuhr er fort. »Heute Mittag habe er in der türkischen Botschaft gespeist. Am Nachmittag sei er zum Vorsitzenden der Oberstvereinigung, heißt ein Haus zum Schweizer Degen, gewählt worden. Anschließend habe er ein Ehrenabendshoppen am Stammtisch der Helveter zu sich nehmen müssen. Zudem sei vormittags eine Sondersitzung der Parteifraktion gewesen, der er angehöre. Und jetzt dieses Fest bei Gastmann mit einem immerhin weltbekannten Pianisten. Er sei todmüde. »Ob es nicht möglich sei, Herrn Gastmann zu sprechen?« fragte Berlach noch einmal. »Was wollte er eigentlich von Gastmann? Was hat der mit dem ermordeten Polizeileutnant zu tun?« »Schmid war letzten Mittwoch sein Gast und ist auf der Rückfahrt bei Zwan ermordet worden.« »Ja, da haben wir den Dreck. Gastmann ladet eben auch alles ein, und da gibt es solche Unfälle.« Dann schwieg er und schien nachzudenken. »Ich bin Gastmanns Advokat. Warum seid ihr denn eigentlich ausgerechnet diese Nacht gekommen? Ihr hättet doch wenigstens telefonieren können.« Berlach erklärte, dass sie jetzt erst entdeckt hätten, was es mit Gastmann auf sich habe. Der Oberst gab sich noch nicht zufrieden. »Und was ist das mit dem Hund?« »Er hat mich überfallen, und Chance musste schießen.« »Dann ist es in Ordnung. Gastmann ist jetzt wirklich nicht zu sprechen. Auch die Polizei muss eben manchmal Rücksicht auf gesellschaftliche Gepflogenheiten nehmen. Ich werde morgen auf Ihr Büro kommen und noch heute schnell mit Gastmann reden. Habt ihr vielleicht ein Bild von Schmid?« Berlach entnahm seiner Brieftasche eine Fotografie und gab sie ihm. »Danke«, sagte der Nationalrat. Dann nickte er und ging ins Haus. Nun standen Berlach und Chance wieder allein vor den rostigen Stangen der Gartentüre. Das Haus war wie zuvor. »Gegen einen Nationalrat kann man nichts machen. Und wenn er noch Oberst und Advokat dazu ist, hat er drei Teufel auf einmal im Leib. Da stehen wir mit unserem schönen Mord. Und können nichts damit anfangen.« Chance schriek und schien nachzudenken. Endlich sagte er, »Es ist neun Uhr, Kommissär. Ich halte es nun für das Beste, zum Polizisten von Lambois zu fahren und sich mit ihm über diesen Gastmann zu unterhalten.« »Es ist recht, das können Sie tun. Versuchen Sie abzuklären, warum man in Lambois nichts vom Besuch Schmieds bei Gastmann weiß. Ich selber gehe in das kleine Restaurant am Anfang der Schlucht. Ich muss etwas für meinen Magen tun. Ich erwarte Sie dort.« Sie schritten den Feldweg zurück und gelangten zum Wagen. Chance fuhr davon und erreichte nach wenigen Minuten Lambois. Er fand den Polizisten im Wirtshaus, wo er mit Clenin, der von Twann gekommen war, an einem Tische saß, abseits von den Bauern, denn offenbar hatten sie eine Besprechung. Der Polizist von Lambois war klein, dick und rothaarig. Er hieß Jean-Pierre Charnell. Chance setzte sich zu ihnen und das Misstrauen, das die beiden dem Kollegen aus Bern entgegenbrachten, schwand bald. Nur sah Charnell nicht gern, dass er nun anstatt Französisch Deutsch sprechen musste, eine Sprache, in der es ihm nicht ganz geheuer war. Sie tranken Weißen und Chance aß Brot und Käse dazu. Doch verschwieg er, dass er eben von Gastmanns Haus komme. Vielmehr fragte er, ob sie noch immer keine Spur hätten. Er fuhr fort, dass nur einer in dieser Gegend in Betracht falle, ein Herr Gastmann in Rolliers Haus, das er gekauft habe, zu dem immer viele Gäste kämen und der auch am Mittwoch ein großes Fest gegeben habe. Aber Schmied sei nicht dort gewesen. Gastmann habe gar nichts gewusst, nicht einmal den Namen gekannt. Schmied nicht der Basche Gastmann, impassibel, ganz und gar unmöglich. Chance hörte sich das Kauderwelsch an und entgegnete, man sollte noch bei anderen fragen, die auch an diesem Tag bei Gastmann gewesen seien. Das habe er, warf nun Klinay ein. In Schernels über Ligerts wohne ein Schriftsteller, der Gastmann gut kenne und der oft bei ihm sei, auch am Mittwoch hätte er mitgemacht. Er habe auch nichts von Schmied gewusst, auch nie den Namen gehört und glaube nicht, dass überhaupt je ein Polizist bei Gastmann gewesen sei. So, ein Schriftsteller, sagte Chance und runzelte die Stirne. Ich werde mir wohl dieses Exemplar einmal vorknöpfen müssen. Schriftsteller sind immer dubios, aber ich komme diesen Übergebildeten schon noch bei. Was ist denn dieser Gastmann, Scharnel? Oh, Monsieur Trayrisch, antwortete der Polizist von Limbon begeistert. Und er wies stolz auf die Kellnerin. Aber nicht mit Absicht, um haben etwas mit dir jamais. Was hat er denn für einen Beruf? Philosophie. Was verstehen Sie darunter, Scharnel? Ein Mann, der viel denken und nichts machen. Er muss doch Geld verdienen. Scharnel schüttelte den Kopf. Er nicht Geld verdienen, er Geld haben. Er zahlt Steuern für das ganze Dorf Lambois. Das genügt für uns, das Gastmann ist der sympathischste Mensch im ganzen Kanton. Es wird gleichwohl nötig sein, dass wir uns diesen Gastmann noch gründlich vornehmen. Ich werde morgen zu ihm fahren. Und dann aber Achtung vor seine Hunde. Ein Schien très dangereux. Oh, mit dem werde ich schon fertig. Chance stand auf und klopfte dem Polizisten von Limbon auf die Schultern. Es war zehn Uhr, als Chance, Klenner und Scharnel verließ, um zum Restaurant bei der Schlucht zu fahren, wo Berlach wartete. Er hielt jedoch, wo der Feldweg zu Gastmanns Haus abzweigte, den Wagen noch einmal an. Er stieg aus und ging langsam zu der Gartentüre und dann der Mauer entlang. Das Haus war noch wie zuvor, dunkel und einsam, von den riesigen Pappeln umstellt, die sich im Winde bogen. Die Limousinen standen immer noch im Park. Chance ging jedoch nicht rund um das Haus herum, sondern nur bis zu einer Ecke, von wo er die erleuchtete Hinterfront überblicken konnte. Hin und wieder zeichneten sich Menschen an den gelben Scheiben ab, und Chance presste sich eng an die Mauer, um nicht gesehen zu werden. Er blickte auf das Feld. Doch lag der Hund nicht mehr auf der kahlen Erde. Jemand musste ihn fortgeschafft haben. Nur die Blutlache gleiste noch schwarz im Lichte der Fenster. Chance kehrte zum Wagen zurück. Im Restaurant zur Schlucht war Berlach jedoch nicht mehr zu finden. Er habe die Gaststube schon vor einer halben Stunde verlassen, um nach Twan zu gehen, nachdem er einen Schnaps getrunken, meldete die Wirtin. Kaum fünf Minuten habe er sich im Wirtshaus aufgehalten. Chance überlegte sich, was der Alte denn getrieben habe, aber er konnte seine Überlegungen nicht länger fortsetzen. Die nicht allzu breite Straße verlangte seine ganze Aufmerksamkeit. Er fuhr an der Brücke vorbei, bei der sie gewartet hatten, und dann den Wald hinunter. Da hatte er ein sonderbares und unheimliches Erlebnis, das ihn nachdenklich stimmte. Er war schnell gefahren und sah plötzlich in der Tiefe den See aufleuchten, einen nächtlichen Spiegel zwischen weißen Felsen. Er musste den Tatort erreicht haben. Da löste sich eine dunkle Gestalt von der Felswand und gab deutlich ein Zeichen, der Wagen solle anhalten. Chance stoppte unwillkürlich und öffnete die rechte Wagentüre. Obgleich er dies im nächsten Augenblick bereute, denn es durchfuhr ihn die Erkenntnis, dass, was ihm jetzt begegnete, auch Schmied begegnet war, bevor er wenige Atemzüge darauf erschossen wurde. Er fuhr in die Manteltasche und umklammerte den Revolver, dessen Kälte ihn beruhigte. Die Gestalt kam näher. Da erkannte er, dass es Berlach war. Doch wich seine Spannung nicht, sondern er wurde weiß vor heimlichem Entsetzen, ohne sich über den Grund der Furcht Rechenschaft geben zu können. Berlach beugte sich nieder, und sie sahen sich ins Antlitz. Stundenlang scheinbar. Doch handelte es sich nur um einige Sekunden. Keiner sprach ein Wort, und ihre Augen waren wie Steine. Dann setzte sich Berlach zu ihm, der nun die Hand von der verborgenen Waffe ließ. »Verweiter, Jens«, sagte Berlach, und seine Stimme klang gleichgültig. Der andere zuckte zusammen, wie er hörte, dass ihn der Alte duzte. Doch von nun an blieb der Kommissar dabei. Erst nach Biel unterbrach Berlach das Schweigen und fragte, »Was Chance in Lamboin erfahren habe«, »Wie wir das Nest nun wohl doch endgültiger Französisch nennen müssen.« Auf die Nachricht, dass sowohl Charnel wie Clenard einen Besuch des ermordeten Schmied bei Gastmann für unmöglich hielten, sagte er nichts. Und hinsichtlich des von Clenard erwähnten Schriftstellers in Charnels meinte er, er werde diesen noch selber sprechen. Charnels gab lebhafte Auskunft als sonst, aufatmend, dass man wieder redete und weil er seine sonderbare Erregung übertönen wollte. Doch schon vor Schüpfen schwiegen sie wieder beide. Kurz nach elf hielt man vor Berlachs Haus im Altenberg und der Kommissär stieg aus. »Ich danke dir noch einmal, Charnels«, sagte er und schüttelte ihm die Hand. »Wenn's auch genierlich ist, davon zu reden, aber du hast mir das Leben gerettet.« Er blieb noch stehen und sah dem verschwindenden Schlusslicht des schnell davonfahrenden Wagens nach. »Jetzt kann er fahren, wie er will.« Er betrat sein unverschlossenes Haus und in der Halle mit den Büchern fuhr er mit der Hand in die Manteltasche und entnahm ihr eine Waffe, die er behutsam auf den Schreibtisch neben die Schlange legte. Es war ein großer, schwerer Revolver. Dann zog er langsam den Wintermantel aus. Als er ihn jedoch abgelegt hatte, war sein linker Arm mit dicken Tüchern umwickelt. Wie es bei jenen Brauch ist, die ihre Hunde zum Anpacken einüben. Am anderen Morgen erwartete der alte Kommissär aus einer gewissen Erfahrung heraus einige Unannehmlichkeiten, wie er die Reibereien mit Lutz nannte. »Man kennt ja die Samstage,« meinte er zu sich, als er über die Altenbergbrücke schritt. »Da zeigen die Beamten die Zähne bloß aus schlechten Gewissen, weil sie die Woche über nichts Gescheites gemacht haben.« Er war feierlich schwarz gekleidet, denn die Beerdigung Schmieds war auf zehn Uhr angesetzt. Er konnte ihr nicht ausweichen, und das war es eigentlich, was ihn ärgerte. Von Schwendi sprach kurz nach acht vor, aber nicht bei Berlach, sondern bei Lutz, dem Chance eben das in der letzten Nacht Vorgefallene mitgeteilt hatte. Von Schwendi war in der gleichen Partei wie Lutz, in der Partei der konservativen liberal-sozialistischen Sammlung der Unabhängigen, hatte diesen eifrig gefördert und war seit dem gemeinsamen Essen anschließend an eine engere Vorstandssitzung mit ihm auf Du, obgleich Lutz nicht in den Großrat gewählt worden war. Denn in Bern, erklärte von Schwendi, sei ein Volksvertreter mit dem Vornamen Luzius ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. »Es ist ja wirklich allerhand«, fing er an, kaum dass seine dicke Gestalt in der Türöffnung erschienen war. »Wierst da deine Leute von der Berner Polizei treiben, verirrter Lutz? Schießen meinem Klienten Gastmann den Hund zusammen, eine seltene Rasse aus Südamerika, und stören die Kultur. Anatole Kraushaar-Raffaeli, weltbekannter Pianist. Der Schweizer hat keine Erziehung, keine Weltoffenheit, keine Spur von einem europäischen Denken. Drei Jahre Rekrutenschule, das einzige Mittel dagegen.« Lutz, dem das Erscheinen seines Parteifreundes peinlich war, und der sich vor seinen endlosen Tiraden fürchtete, bat von Schwendi Platz zu nehmen. »Wir sind in eine höchst schwierige Untersuchung verstrickt. Du weißt es ja selbst. Und der junge Polizist, der sie zur Hauptsache führt, darf für schweizerische Maßstäbe als ganz gut talentiert gelten. Der alte Kommissär, der auch noch dabei war, gehört zum rostigen Eis, und das gebe ich zu. Ich bedauere den Tod eines so seltenen südamerikanischen Hundes. Bin ja selber Hundebesitzer und tierliebend. Werde auch eine besondere, strenge Untersuchung durchführen. Die Leute sind eben kriminalistisch völlig ahnungslos. Wenn ich da an Chicago denke, sehe ich unsere Lage direkt trostlos. Er machte eine kurze Pause, konsterniert, dass ihn von Schwendi unverwandt schweigend anglotzte, und fuhr dann fort, aber nun schon ganz unsicher. Er sollte wissen, ob der ermordete Schmied bei von Schwendis Klienten Gastmann Mittwoch zu Besuch gewesen sei, wie die Polizei aus gewissen Gründen annehmen müsse. Lieber Lutz, machen wir uns keine Flausen vor. Das wisst ihr von der Polizei alles ganz genau. Ich kenne doch meine Brüder. Wie meinen Sie das, Herr Nationalrat? fragte Lutz verwirrt, unwillkürlich wieder in das Sie zurückfallend. Von Schwendi lehnte sich zurück, faltete die Hände auf der Brust und fletschte die Zähne. Eine Pose, der er im Grunde sowohl den Oberst als auch den Nationalrat verdankte. Dökterli, ich möchte nun wirklich einmal ganz genau wissen, warum ihr meinem braven Gastmann den Schmied auf den Hals gehetzt habt. Was sich nämlich dort im Jura abspielt, das geht die Polizei nun doch wohl einen Dreck an. Wir haben noch lange nicht die Gestapo. Lutz war wie aus allen Wolken gefallen. Wieso sollen wir deinem, uns vollständig unbekannten Klienten, den Schmied auf den Hals gehetzt haben? Und wieso soll uns ein Mord nichts angehen? Wenn ihr keine Ahnung davon habt, dass Schmied unter dem Namen Dr. Prantl, Privatdozent für amerikanische Kulturgeschichte in München, den Gesellschaften beiwohnte, die Gastmann in seinem Hause in Lambois gab, muss die ganze Polizei unbedingt aus kriminalistischer Ahnungslosigkeit abdanken, behauptete von Schwendi und trommelte mit den Fingern seiner rechten Hand aufgeregt auf Lutzens Pult. Davon ist uns nichts bekannt, lieber Oskar, sagte Lutz erleichtert. Dass er in diesem Augenblick den langgesuchten Vornamen des Nationalrates gefunden hatte. »Ich erfahre eben eine große Neuigkeit.« »Aha«, meinte von Schwendi trocken und schwieg, worauf Lutz sich seiner Unterlegenheit immer mehr bewusst wurde und ahnte, dass er nur Schritt für Schritt in allem werde nachgeben müssen, was der Oberst von ihm zu erreichen suchte. Er blickte hilflos nach den Bildern Traffeles auf die marschierenden Soldaten, die flatternden Schweizer Fahnen, den zu Pferd sitzenden General. Der Nationalrat bemerkte die Verlegenheit des Untersuchungsrichters mit einem gewissen Triumph und fügte schließlich seinem »Aha« bei, es gleichzeitig verdeutlichend, »Die Polizei erfährt also eine große Neuigkeit.« »Die Polizei weiß also wieder gar nichts.« Wie unangenehm es auch war und wie sehr das rücksichtslose Vorgehen von Schwendis seine Lage unerträglich machte, so musste doch der Untersuchungsrichter zugeben, dass Schmied weder dienstlich bei Gastmann gewesen sei, noch habe die Polizei von dessen Besuchen in Lambois eine Ahnung gehabt. Schmied habe dies rein persönlich unternommen, schloss Lutz seine peinliche Erklärung. Warum er allerdings einen falschen Namen angenommen habe, sei ihm gegenwärtig ein Rätsel. Von Schwendi beugte sich vor und sah Lutz mit seinen rot unterlaufenden, verschwommenen Augen an. »Das erklärt alles. Schmied spionierte für eine fremde Macht.« »Wie meinst du das?« »Ich meine, dass die Polizei vor allem jetzt einmal untersuchen muss, aus was für Gründen Schmied bei Gastmann war.« »Die Polizei sollte vor allen Dingen zuerst etwas über Gastmann wissen, lieber Oskar.« »Gastmann ist für die Polizei ganz ungefährlich. Und ich möchte auch nicht, dass du dich mit ihm abgibst oder sonst jemand von der Polizei. Es ist dies sein Wunsch. Er ist mein Klient und ich bin da, um zu sorgen, dass seine Wünsche erfüllt werden.« Diese unverfrorene Antwort schmetterte Lutz so nieder, dass er zuerst gar nichts zu erwidern vermochte. Er zündete sich eine Zigarette an, ohne in seiner Verwirrung von Schwendi eine anzubieten. Erst dann setzte er sich in seinem Stuhl zurecht und entgegnete, »Die Tatsache, dass Schmied bei Gastmann war, zwingt leider die Polizei, sich mit deinem Klienten zu befassen, lieber Oskar.« Von Schwendi ließ sich nicht beirren. »Sie zwingt die Polizei vor allem, sich mit mir zu befassen, denn ich bin Gastmanns Anwalt. Du kannst froh sein, Lutz, dass du an mich geraten bist. Ich will ja nicht nur Gastmann helfen, sondern auch dir. Natürlich ist der ganze Fall meinem Klienten unangenehm, aber dir ist er viel peinlicher, denn die Polizei hat bis jetzt noch nichts herausgebracht. Ich zweifle überhaupt daran, dass ihr jemals Licht in diese Angelegenheit bringen werdet. Die Polizei hat beinahe jeden Mord aufgedeckt, das ist statistisch bewiesen. Ich gebe zu, dass wir im Falle Schmied in gewisse Schwierigkeiten geraten sind, aber wir haben doch auch schon beachtliche Resultate zu verzeichnen. So sind wir von selbst auf Gastmann gekommen. Und wir sind denn auch der Grund, warum dich Gastmann zu uns geschickt hat. Die Schwierigkeiten liegen bei Gastmann und nicht bei uns. An ihm ist es, sich über den Fall Schmied zu äußern, nicht an uns. Schmied war bei ihm, wenn auch unter falschem Namen. Aber gerade diese Tatsache verpflichtet die Polizei, sich mit Gastmann abzugeben. Denn das ungewohnte Verhalten des Ermordeten belastet doch wohl zunächst Gastmann. Wir müssen Gastmann einvernehmen und können nur unter der Bedingung davon absehen, dass du uns völlig einwandfrei erklären kannst, warum Schmied bei deinem Klienten unter falschem Namen zu Besuch war. Und dies mehrere Male, wie wir festgestellt haben. Gut. Reden wir ehrlich miteinander. Du wirst sehen, dass nicht ich eine Erklärung über Gastmann abzugeben habe, sondern dass ihr uns erklären müsst, was Schmied in Lombard zu suchen hatte. Ihr seid hier die Angeklagten, nicht wir, lieber Lutz. Mit diesen Worten zog er einen weißen Bogen hervor, ein großes Papier, das er auseinanderbreitete und auf das Pult des Untersuchungsrichters legte. Das sind die Namen der Personen, die bei meinem guten Gastmann verkehrt haben. Die Liste ist vollständig. Ich habe drei Abteilungen gemacht. Die erste scheiden wir aus. Die ist nicht interessant, das sind die Künstler. Natürlich, kein Wort gegen Kraushar Raffaele, der ist Ausländer. Nein, ich meine die Inländischen, die von Utzensdorf und Merligen. Entweder schreiben sie Dramen über die Schlacht am Morgarten und Niklaus Manuel oder sie malen nichts als Berge. Die zweite Abteilung sind die Industriellen. Du wirst die Namen sehen. Es sind Männer von Klangmänner, die ich als die besten Exemplare der schweizerischen Gesellschaft ansehe. Ich sage dies ganz offen, obwohl ich durch die Großmutter mütterlicherseits von bäuerlichem Blut abstamme. Und die dritte Abteilung der Besucher Gastmanns? Fragte Lutz, da der Nationalrat plötzlich schwieg und den Untersuchungsrichter mit seiner Ruhe nervös machte, was natürlich von Schwendys Absicht war. Die dritte Abteilung, fuhr von Schwendi endlich fort, macht die Angelegenheit Schmied unangenehm. Für dich und auch für die Industriellen, wie ich zugebe. Denn ich muss nun auf Dinge zu sprechen kommen, die eigentlich vor der Polizei streng geheim gehalten werden müssten. Aber da ihr von der Berner Polizei es nicht unterlassen, konntet Gastmann aufzuspüren, und da es sich nun peinlicherweise herausstellt, dass Schmied in L'Envoin war, sehen sich die Industriellen gezwungen, mich zu beauftragen, die Polizei, soweit dies für den Fall Schmied notwendig ist, zu informieren. Das Unangenehme für uns besteht nämlich darin, dass wir politische Vorgänge von eminenter Wichtigkeit aufdecken müssen. Und das Unangenehme für euch, dass ihr die Macht, die ihr über die Menschen schweizerischer und nicht schweizerischer Nationalität in diesem Lande besitzt, über die dritte Abteilung nicht habt. Ich verstehe kein Wort von dem, was du da sagst, meinte Lutz. Du hast eben auch nie etwas von Politik verstanden, lieber Lucius. Es handelt sich bei der dritten Abteilung um Angehörige einer fremden Gesandtschaft, die Wert darauf legt, unter keinen Umständen mit einer gewissen Klasse von Industriellen zusammengenannt zu werden. Jetzt begriff Lutz den Nationalrat. Und es blieb lange still im Zimmer des Untersuchungsrichters. Das Telefon klingelte, doch Lutz nahm es nur ab, um »Konferenz« hineinzuschreien, worauf er wieder verstummte. Endlich jedoch meinte er, »So viel ich weiß, wird aber doch mit dieser Macht jetzt offiziell um mein neues Handelsabkommen verhandelt.« »Gewiss, man verhandelt. Man verhandelt offiziell. Die Diplomaten wollen doch etwas zu tun haben, aber man verhandelt noch mehr inoffiziell. Und in Lamboin wird privat verhandelt. Es gibt schließlich in der modernen Industrie Verhandlungen, in die sich der Staat nicht einzumischen hat, Herr Untersuchungsrichter.« »Natürlich.« »Natürlich. Und diesen geheimen Verhandlungen hat der nun leider erschossene Leutnant der Stadtpolizei Bern, Ulrich Schmid, unter falschem Namen geheim beigewohnt.« Am neuerlichen betroffenen Schweigen des Untersuchungsrichters erkannte von Schwendi, dass er richtig gerechnet hatte. Lutz war so hilflos geworden, dass der Nationalrat nun mit ihm machen konnte, was er wollte. Wie es bei den meisten etwas einseitigen Naturen der Fall ist, irritierte der unvorhergesehene Ablauf des Mordfalls Ulrich Schmid den Beamten so sehr, dass er sich in einer Weise beeinflussen ließ und Zugeständnisse machte, die eine objektive Untersuchung der Mordaffäre in Frage stellen mussten. Zwar versuchte er noch einmal seine Lage zu bagatellisieren. »Lieber Oskar, ich sehe alles nicht für so schwerwiegend an. Natürlich haben die schweizerischen Industriellen ein Recht, privat mit denen zu verhandeln, die sich für solche Verhandlungen interessieren. Und sei es auch jene Macht, das bestreite ich nicht. Und die Polizei mischt sich auch nicht hinein. Schmid war, ich wiederhole es, privat bei Gastmann. Und ich möchte mich deswegen offiziell entschuldigen. Denn es war gewiss nicht richtig, dass er einen falschen Namen und einen falschen Beruf angab, wenn man auch manchmal als Polizist gewisse Hemmungen hat. Aber er war ja nicht allein bei diesen Zusammenkünften. Es waren auch Künstler da, lieber Nationalrat. »Die notwendige Dekoration. Wir sind in einem Kulturstaat, Lutz, und brauchen Reklame.« Die Verhandlungen müssen geheim gehalten werden und das kann man mit Künstlern am besten. Gemeinsames Fest, Braten, Wein, Zigarren, Frauen, allgemeines Gespräch. Die Künstler langweilen sich, sitzen zusammen, trinken und bemerken nicht, dass die Kapitalisten und die Vertreter jener Macht zusammensitzen. Sie wollen es auch nicht bemerken, weil es sie nicht interessiert. Künstler interessieren sich nur für Kunst. Aber ein Polizist, der dabei sitzt, kann alles erfahren. Nein, Lutz, der Fall Schmid ist bedenklich. Ich kann leider nur wiederholen, dass die Besuche Schmid zwei Gastmann uns gegenwärtig unverständlich sind. Wenn er nicht im Auftrag der Polizei gekommen ist, kam er in einem anderen Auftrag. Es gibt fremde Mächte, lieber Luzius, die sich dafür interessieren, was in Lombard vorgeht. Das ist Weltpolitik. Schmid war kein Spion. Wir haben allen Grund anzunehmen, dass er einer war. Es ist für die Ehre der Schweiz besser. Er war ein Spion als ein Polizeispitzel. Nun ist er tot, seufzte der Untersuchungsrichter, der gern alles gegeben hätte, wenn er jetzt Schmid persönlich hätte fragen können. Das ist nicht unsere Sache, stellte der Oberst fest. Ich will niemand verdächtigen, doch kann nur die gewisse fremde Macht ein Interesse haben, die Verhandlungen in Lombard geheim zu halten. Bei uns geht es ums Geld, bei Ihnen um Grundsätze der Parteipolitik. Da wollen wir doch ehrlich sein. Doch gerade in dieser Richtung kann die Polizei natürlich nur unter schwierigen Umständen vorgehen. Lutz erhob sich und trat zum Fenster. Es ist mir immer noch nicht ganz deutlich, was dein Klient Gastmann für eine Rolle spielt, sagte er langsam. Von Schwendi fächelte sich mit dem weißen Bogen Luft zu und antwortete, Gastmann stellte den Industriellen und den Vertretern der Gesandtschaft sein Haus zu diesen Besprechungen zur Verfügung. Warum gerade Gastmann? Sein hochverehrter Klient, knurrte der Oberst, besitze nun einmal das nötige menschliche Format dazu. Als jahrelanger Gesandter Argentiniens in China genieße er das Vertrauen der fremden Macht und als ehemaliger Verwaltungspräsident des Blechtrasts jenes der Industriellen. Außerdem wohne er in Lambour. Wie meinst du das, Oskar? Hast du den Namen Lambour schon vor der Ermordung Schmieds gehört? Nein. Eben darum, weil niemand Lambour kennt. Wir brauchten einen unbekannten Ort für unsere Zusammenkünfte. Du kannst also Gastmann in Ruhe lassen. Dass er es nicht schätzt, mit der Polizei in Berührung zu kommen, musst du begreifen. Dass er eure Verhöre, eure Schnüffeleien, eure ewige Fragerei nicht liebt, ebenfalls. Das geht bei unseren Luginbühlen und Vongunden, wenn sie wieder einmal etwas auf dem Kerpholz haben, aber nicht bei einem Mann, der es einst ablehnte, in die französische Akademie gewählt zu werden. Auch hat sich deine Berner Polizei ja nun wirklich ungeschickt benommen. Man erschießt nun einmal keinen Hund, wenn Bach gespielt wird. Nicht, dass Gastmann beleidigt ist, das ist ihm vielmehr alles gleichbültig. Deine Polizei kann ihm das Haus zusammenschießen, er verzieht keine Miene. Aber es hat keinen Sinn mehr, Gastmann zu belästigen. Dadurch hinter dem Mord Mächte stehen, die weder mit unseren braven Schweizer Industriellen noch mit Gastmann etwas zu tun haben. Der Untersuchungsrichter ging vor dem Fenster auf und ab. Wir werden nun unsere Nachforschungen besonders dem Leben Schmieds zuwenden müssen. Hinsichtlich der fremden Macht werden wir den Bundesanwalt benachrichtigen. Wie weit er den Fall übernehmen wird, kann ich noch nicht sagen. Doch wird er uns mit der Hauptarbeit betrauen. Deiner Forderung, Gastmann zu verschonen, will ich nachkommen. Wir sehen selbstverständlich auch von einer Hausdurchsuchung ab. Wird es dennoch nötig sein, ihn zu sprechen, bitte ich dich, mich mit ihm zusammenzubringen und bei unserer Besprechung anwesend zu sein. So kann ich das formelle ungezwungen mit Gastmann erledigen. Es geht ja in diesem Fall nicht um eine Untersuchung, sondern nur um eine Formalität innerhalb der ganzen Untersuchung, die unter Umständen verlangt, dass auch Gastmann vernommen werde, selbst wenn dies sinnlos ist. Aber eine Untersuchung muss vollständig sein. Wir werden über Kunst sprechen, um die Untersuchung so harmlos wie nur immer möglich zu gestalten und ich werde keine Fragen stellen. Sollte ich gleichwohl eine stellen müssen, der Formalität zuliebe, würde ich dir die Frage vorher mitteilen. Auch der Nationalrat hatte sich nun erhoben, so dass sich beide Männer gegenüber standen. Der Nationalrat tippte dem Untersuchungsrichter auf die Schulter. Das ist also abgemacht, du wirst Gastmann in Ruhe lassen, Lützchen, ich nehme dich beim Wort. Die Mappe lasse ich hier, die Liste ist genau geführt und vollständig. Ich habe die ganze Nacht herum telefoniert und die Aufregung ist groß. Man weiß eben nicht, ob die fremde Gesandtschaft noch ein Interesse an den Verhandlungen hat, wenn sie den Fall Schmid erfährt. Millionen stehen auf dem Spiel. Döckterchen, Millionen. Zu deinen Nachforschungen wünsche ich dir Glück. Du wirst es nötig haben. Mit diesen Worten stampfte von Schwendi hinaus. Lutz hatte gerade noch Zeit, die Liste des Nationalrats durchzusehen und sie stöhnend über die Berühmtheit der Namen sinken zu lassen. In was für eine unselige Angelegenheit bin ich da verwickelt, dachte er, als Berlach eintrat. Natürlich ohne anzuklopfen. Der Alter hatte vor, die rechtlichen Mittel zu verlangen, bei Gastmann in Lamboin vorzusprechen, doch Lutz verwies ihn auf den Nachmittag. Jetzt sei es Zeit, zur Beerdigung zu gehen, sagte er und stand auf. Berlach widersprach nicht und verließ das Zimmer mit Lutz, dem das Versprechen Gastmann in Ruhe zu lassen immer unvorsichtiger vorkam und der Berlachs schärfsten Widerstand befürchtete. Sie standen auf der Straße, ohne zu reden, beide in schwarzen Mänteln, die sie hochschlugen. Es regnete, doch spannten sie die Schirme für die wenigen Schritte zum Wagen nicht auf. Blatter führte sie. Der Regen kam nun in wahren Kaskaden, prallte schief gegen die Fenster. Jeder saß unbeweglich in seiner Ecke. Nun muss ich es ihm sagen, dachte Lutz und schaute nach dem ruhigen Profil Berlachs, der wie so oft die Hand auf den Magen legte. Haben Sie Schmerzen? Immer. Dann schwiegen sie wieder und Lutz dachte, ich sage es ihm nachmittags. Blatter fuhr langsam. Alles versank hinter einer weißen Wand. So regnete es. Trams, Automobile schwammen irgendwo in diesen ungeheuren fallenden Meeren herum. Lutz wusste nicht, wo sie waren. Die triefenden Scheiben ließen keinen Durchblick mehr zu. Es wurde immer finsterer im Wagen. Lutz steckt eine Zigarette in und verheirrt. er in keine Diskussion einlassen werde und sagte, die Zeitungen werden die Ermordung bringen. Sie ließ sich nicht mehr verheimlichen. Das hat auch keinen Sinn mehr. Wir sind ja auf eine Spur gekommen. Lutz drückte die Zigarette wieder aus. Es hat auch nie einen Sinn gehabt. Berlach schwieg. und Lutz, der gern gestritten hätte, später aufs Neue durch die Scheiben. Der Regen hatte etwas nachgelassen. Sie waren schon in der Allee. Der Schlosshalden Friedhof schob sich zwischen den dampfenden Stämmen hervor. Ein graues, verregnetes Gemäuer. Blatter fuhr in den Hof, hielt. Sie verließen den Wagen, spannten die Schirme auf und schritten durch die Gräbereien. Sie brauchten nicht lange zu suchen. Die Grabsteine und die Kreuze wichen zurück. Sie schienen einen Bauplatz zu betreten. Die Erde war mit frisch ausgehobenen Gräbern durchsetzt. Latten lagen darüber. Die Feuchtigkeit des nassen Grases drang durch die Schuhe, an denen die lehmige Erde klebte. In der Mitte des Platzes, zwischen all diesen noch unbewohnten Gräbern, auf deren Grund Hütte, zwischen provisorischen Holzkreuzen und Erdhügeln, dicht mit schnell verfaulenden Blumen und Kränzen überhäuft, standen Menschen um ein Grab. Der Sarg war noch nicht hinabgelassen, der Pfarrer las aus der Bibel vor, neben ihm, den Schirm für beide hochhaltend, der Totengräber in einem lächerlichen frackartigen Arbeitsgewand, frierend von einem Bein auf das andere treppend. Berlach und Lutz blieben neben dem Grabe stehen. Der Alte hörte weinen. Es war Frau Schönler, unförmig und dick in diesem unaufhörlichen Regen, und neben ihr stand Schanz, ohne Schirm, im hochgeschlagenen Regenmantel, mit herunterhängendem Gürtel, einen schwarzen, steifen Hut auf dem Kopf. Neben ihm ein Mädchen, blass, ohne Hut, mit blondem Haar, das in nassen Strähnen hinunterfloss. Die Anna, wie Berlach unwillkürlich dachte. Schanz verbeugte sich, Lutz nickte, der Kommissär verzog keine Miene. Er schaute zu den anderen hinüber, die ums Grab standen. Alles Polizisten, alle in Zivil, alle mit den gleichen Regenmänteln, mit den gleichen steifen schwarzen Hüten, die Schirme wie Säbel in den Händen, fantastische Totenwächter von irgendwo herbeigeblasen, unwirklich in ihrer Biederkeit. Und hinter ihnen, in gestaffelten Reihen, die Stadtmusik, überstürzt, zusammengetrommelt, in schwarzroten Uniformen, verzweifelt, bemüht, die gelben Instrumente unter den Mänteln zu schützen. So standen sie alle um den Sarg herum, der da lag, eine Kiste aus Holz, ohne Kranz, ohne Blumen, Hüten. Aber dennoch das einzige warme, geborgene in diesem unaufhörlichen Regen, der gleichförmig plätschernd niederfiel, immer mehr, immer unendlicher. Der Pfarrer redete schon lange nicht mehr, niemand bemerkte es. Nur der Regen war da, nur den Regen hörte man. Der Pfarrer hustete, einmal, dann mehrere Male. Dann heulten die Bässe, die Posaunen, die Waldhörner, Kornetts, die Fagots auf, stolz und feierlich, gelbe Blitze in den Regenfluten. Aber dann sanken auch sie unter, verwehten, gaben es auf. Alle verkrochen sich unter die Schirme, unter die Mäntel. Es regnete immer mehr, die Schuhe versanken im Kot, wie Bäche strömte es ins Leere gab. Lutz verbeugte sich und tat vor. Er schaute auf den nassen Sarg und verbeugte sich noch einmal. »Ihr Männer«, sagte er irgendwo im Regen, fast unhörbar, durch die Wasserschleier hindurch, »Ihr Männer, unser Kameradschmied, ist nicht mehr.« Da unterbrach ihn ein wilder, grölender Gesang. »Der Tüfel geht um, der Tüfel geht um, er schlagt die Menschen allich rum.« Zwei Männer in schwarzen Frecken kamen über den Kirchhof getorkelt. Ohne Schirm und Mantel waren sie dem Regen schutzlos preisgegeben. Die Kleider klebten an ihren Leibern. Auf dem Kopf hatte jeder einen Zylinder, von dem das Wasser über ihr Gesicht floss. Sie trugen einen mächtigen grünen Lorbeerkranz, dessen Band zur Erde hing und über den Boden schleifte. Es waren zwei brutale, riesenhafte Kerle, befragte Schlechter, schwer betrunken, stets dem Umsinken nahe. Doch da sie nie gleichzeitig stolperten, konnten sie sich immer noch am Lorbeerkranz zwischen ihnen festhalten, der wie ein Schiff in Seenot auf- und niederschwankte. Nun stimmten sie ein neues Lied an. Da Müllere ihre Ma ist stodet, Müllere lappt, sie lappt. Sie rannten auf die Trauergemeinde zu, stürzten in sie hinein zwischen Frau Schönler und Schanz, ohne dass sie gehindert wurden, denn alle waren wie erstarrt, und schon taumelten sie wieder hinweg durch das nasse Gras, sich aneinander stützend, sich umklammernd, über Grabhügel fallend, Kreuze umwerfend, in gigantischer Trunkenheit. Ihr Sing-Sang verhallte im Regen, und alles war wieder zugedeckt. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei, war das Letzte, was man von ihnen hörte. Nur noch der Kranz lag da, hingeworfen über den Sarg, und auf dem schmutzigen Band stand in verfließendem Schwarz unserem lieben Doktor Prantl. Doch wie sich die Leute ums Grab von ihrer Bestürzung erholt hatten und sich über den Zwischenfall empören wollten und wie die Stadtmusik, um die Feierlichkeit zu retten, wieder verzweifelt zu blasen anfing, steigerte sich der Regen zu einem solchen Sturm, die Eiben peitschend, dass alles vom Grabe wegfloh, bei dem allein die Totengräber zurückblieben, schwarze Vogelscheuchen im Heulen der Winde, im Prasseln der Wolkenbrüche, bemüht, den Sarg endlich hinabzusenken. Wie Berlach mit Lutz wieder im Wagen saß und blattert durch die flüchtenden Polizisten und Stadtmusikanten hindurch in die Allee einfuhr, machte der Doktor endlich seinem Ärger Luft. Und erhört dieser Gastmann. Ich verstehe nicht. Schmied verkehrt im Hause Gastmanns unter dem Namen Prantl. Dann wird das eine Warnung sein, antwortete Berlach, fragte aber nicht weiter. Sie fuhren gegen den Muri-Stalden, wo Lutz wohnte. Eigentlich sei es nun der richtige Moment mit dem Alten über Gastmann zu sprechen und dass man ihn in Ruhe lassen müsse, dachte Lutz. Aber wieder schwieg er. Im Burgernziel stieg er aus. Berlach war allein. Soll ich Sie in die Stadt fahren, Herr Kommissär? fragte der Polizist vorne am Steuer. Nein, fahr mich heim, Blatter. Blatter fuhr nun schneller. Der Regen hatte nachgelassen. Ja, plötzlich, am Muri-Stalden, wurde Berlach für Augenblicke in ein blendendes Licht getaucht. Die Sonne brach durch die Wolken, verschwand wieder, kam aufs Neue im jagenden Spiel der Nebel und der Wolkenberge, Ungetüme, die vom Westen herbeirasten, sich gegen die Berge stauten, wilde Schatten über die Stadt werfend, die am Flusse lag, ein willenloser Leib zwischen die Wälder und Hügel gebreitet. Berlachs müde Hand fuhr über den nassen Mantel, seine Augenschlitze funkelten, gierig sog er das Schauspiel in sich auf. Die Erde war schön. Blatter hielt. Berlach dankte ihm und verließ den Dienstwagen. Es regnete nicht mehr. Nur noch der Wind war da, der nasse, kalte Wind. Der Alte stand da, wartete, bis Blatter den schweren Wagen gewendet hatte, grüßte noch einmal, wie dieser davonfuhr. Dann trat er an die Jahre. Sie kam hoch und schmutzig braun. Ein alter, verrosteter Kinderwagen schwamm daher, Äste, eine kleine Tanne, dann, tanzend, ein kleines Papierschiff. Berlach schaute dem Fluss lange zu. Er liebte ihn. Dann ging er durch den Garten ins Haus. Berlach zog sich andere Schuhe an und betrat dann erst die Halle, blieb jedoch auf der Schwelle stehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in Schmieds Mappe. Seine rechte Hand spielte mit Berlachs türkischem Messer. Berlachs zog sich andere Schuhe an, und betrat und betrat dann erst die Halle, blieb jedoch auf der Schwelle stehen. Hinter dem Schreibtisch saß ein Mann und blätterte in Schmieds Mappe. Seine rechte Hand spielte mit Berlachs türkischem Messer. Also du, sagte der Alte? Ja, ich, antwortete der Andere. Berlachs schloss die Türe und setzte sich in seinen Lehnstuhl dem Schreibtisch gegenüber. Schweigend sah er nach dem Anderen hin, der ruhig in Schmieds Mappe weiterblätterte. Eine fast bäuerische Gestalt, ruhig und verschlossen, tiefliegende Augen im knochigen, aber runden Gesicht mit kurzem Haar. Du nennst dich jetzt Gastmann, sagte der Alte endlich. Der Andere zog eine Pfeife hervor, stopfte sie, ohne Berlach aus den Augen zu lassen, setzte sie in Brand und antwortete, mit dem Zeigefinger auf Schmieds Mappe klopfend, Das weißt du schon seit einiger Zeit ganz genau. Du hast mir den Jungen auf den Hals geschickt. Diese Angaben stammen von dir. Dann schloss er die Mappe wieder. Berlach schaute auf den Schreibtisch, wo noch sein Revolver lag, mit dem Schaft gegen ihn gekehrt. Er brauchte nur die Hand auszustrecken. Dann sagte er, Ich höre nie auf, dich zu verfolgen. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen. Du musst dich beeilen, Berlach. Du hast nicht mehr viel Zeit. Die Ärzte geben dir noch ein Jahr, wenn du dich jetzt operieren lässt. Du hast recht. Noch ein Jahr und ich kann mich jetzt nicht operieren lassen. Ich muss mich stellen. Meine letzte Gelegenheit. Die letzte, bestätigte der andere und dann schwiegen sie wieder. Endlos saßen da und schwiegen. Über vierzig Jahre sind es her, dass wir uns in irgendeiner verfallenen Judenschenkern Bosporus zum ersten Mal getroffen haben. Ein unförmiges gelbes Stück Schweizer Käse von einem Mond hing bei dieser Begegnung damals zwischen den Wolken und schien durch die verfaulten Balken auf unsere Köpfe. Das ist mir noch in guter Erinnerung. Du, Berlach, warst damals ein junger Polizeifachmann aus der Schweiz in türkischen Diensten herbestellt, um etwas zu reformieren. Und ich, nun, ich war ein herumgetriebener Abenteurer wie jetzt noch, gierig, dieses mein einmaliges Leben und diesen ebenso einmaligen rätselhaften Planeten kennenzulernen. Wir liebten uns auf den ersten Blick, wie wir einander zwischen Juden im Kaftan und schmutzigen Griechen gegenüber saßen. Doch wie nun die verteufelten Schnäpse, die wir damals tranken, diese vergorenen Säfte aus Weißwass verdatteln und diese feurigen Meere aus fremden Kornfeldern um Odessa herum, die wir in unsere Kehlen stürzten, in uns mächtig wurden, dass unsere Augen wie glühende Kohlen durch die türkische Nacht funkelten, wurde unser Gespräch hitzig. Oh, ich liebe es, an diese Stunde zu denken, die dein Leben und das meine bestimmte. Er lachte. Der Alte saß da, und schaute schweigend zu ihm hinüber. Ein Jahr hast du noch zu leben und vierzig Jahre hast du mir wacker nachgespürt. Das ist die Rechnung. Was diskutierten wir denn damals berlach berlach in mode jener schenke in der vorstatt eingehüllt in den qualm türkischer zigaretten? Deine These war, dass die menschliche Unvollkommenheit, die Tatsache, dass wir die Handlungsweise anderer nie mit Sicherheit vorauszusagen, dass wir ferner den Zufall, der in alles hineinspielt, nicht in unsere Überlegung einzubauen vermögen, der Grund sei, der die meisten Verbrechen zwangsläufig zutage fördern müsse. Ein Verbrechen zu begehen nanntest du eine Dummheit, weil es unmöglich sei, mit Menschen wie mit Schachfiguren zu operieren. Ich dagegen stellte die These auf, mehr um zu widersprechen als überzeugt, dass gerade die Verworrenheit der menschlichen Beziehungen es möglich mache, Verbrechen zu begehen, die nicht erkannt werden könnten. Dass aus diesem Grunde die überaus größte Anzahl der Verbrechen nicht nur ungeahndet, sondern auch ungeahnt sein, was nur im Verborgenen geschehen. Und wie wir nun weiterstritten von den höllischen Bränden der Schnepse, die uns der Judenwirt einschenkte und mehr noch von unserer Jugend verführt, da haben wir im Übermut eine Wette geschlossen, eben da der Mond hinter dem nahen Kleinasien versank. Eine Wette, die wir trotzig in den Himmel hineinhängten, wie wir etwa einen fürchterlichen Witz nicht zu unterdrücken vermögen, auch wenn er eine Gotteslästerung ist, nur weil uns die Pointe reizt als eine teuflische Versuchung des Geistes durch den Geist. Du hast recht, wir haben diese Wette damals miteinander geschlossen. Du dachtest nicht, dass ich sie einhalten würde, wie wir am anderen Morgen mit schwerem Kopf in der öden Schenke erwachten. Du auf einer morsche Bank und ich unter einem noch von Schnaps feuchten Tisch. Ich dachte nicht, dass diese Wette einzuhalten einem Menschen möglich wäre, antwortete Berlach. Sie schwiegen. Führe uns nicht in Versuchung. Begann der andere von Neuem. Deine Biederkeit kam nie in Gefahr, versucht zu werden. Doch deine Biederkeit versuchte mich. Ich hielt die kühne Wette, in deiner Gegenwart dein Verbrechen zu begehen, ohne dass du im Stande sein würdest, mir dieses Verbrechen beweisen zu können. Nach drei Tagen, wie wir mit einem deutschen Kaufmann über die Mahmudbrücke gingen, hast du ihn vor meinen Augen ins Wasser gestoßen, sagte der Alte leise und versunken in seiner Erinnerung. Der arme Kerl konnte nicht schwimmen, und auch du warst in dieser Kunst so ungenügend bewandert, dass man dich nach deinem verunglückten Rettungsversuch halber trunken aus den schmutzigen Wellen des goldenen Hornes ans Land zog. Der Mord trug sich an einem strahlenden türkischen Sommertag, bei einer angenehmen Brise vom Heere her, auf einer belebten Brücke in aller Öffentlichkeit, zwischen Liebespaaren der europäischen Kolonie, Muselmännern und ortsansässigen Bettlern zu. Und trotzdem konntest du mir nichts beweisen. Du ließest mich verhaften, umsonst, stundenlange Verhöre, nutzlos. Das Gericht glaubte meiner Version, die auf Selbstmord des Kaufmanns lautete. Du konntest nachweisen, dass der Kaufmann vor dem Konkurs stand und sich durch einen Betrug vergeblich hatte retten wollen. Ich wählte mir mein Opfer sorgfältig aus, mein Freund. So bist du ein Verbrecher geworden. Der andere spielte Gedanken verloren mit dem türkischen Messer. Dass ich so etwas ähnliches wie ein Verbrecher bin, kann ich nun nicht gerade ableugnen. Ich wurde ein immer besserer Verbrecher und du ein immer besserer Kriminalist. Den Schritt jedoch, den ich dir voraus hatte, konntest du nie einholen. Immer wieder tauchte ich in deiner Laufbahn auf wie ein graues Gespenst. Immer wieder trieb mich die Lust unter deiner Nase sozusagen immer kühnere, wildere, blasphemischere Verbrechen zu begehen. Und immer wieder bist du nicht im Stande gewesen, meine Taten zu beweisen. Die Dummköpfe konntest du besiegen, aber ich besiegte dich. Dann fuhr er fort, den Alten aufmerksam und wie belustigt beobachtend. So lebten wir denn, du ein Leben unter deinen Vorgesetzten, in deinen Polizeirevieren und muffigen Amtsstuben, immer brav eine Spross um die andere, auf der Leiter deiner bescheidenen Erfolge erklimmend, dich mit Dieben und Fälschern herumschlagend, mit armen Schluckern, die nie recht ins Leben kamen, und mit armseligen Mörderchen, wenn es hochkam, ich dagegen bald im Dunkeln, im Dickicht verlorene Großstädte, bald im Licht der glänzender Position, Orden übersät, aus Übermut das Gute übend, wenn ich Lust dazu hatte, und wieder aus einer anderen Laune heraus das Schlechte liebend. Welch ein abenteuerlicher Spaß! Deine Sehnsucht war, mein Leben zu zerstören, und meine war es, mein Leben dir zum Trotz zu behaupten. Wahrlich, eine Nacht kettete uns für ewig zusammen. Der Mann hinter Berlachs Schreibtisch klatschte in die Hände. Das war ein einziger grausamer Schlag. Nun sind wir am Ende unserer Laufbahn. Du bist in dein Bern zurückgekehrt, halb gescheitert, in diese verschlafene biedere Stadt, von der man nie recht weiß, wie viel Todes und wie viel Lebendiges eigentlich noch an ihr ist. Und ich nach Lamboin zurückgekommen, auch dies nur aus einer Laune heraus. Man rundet gern ab, denn in diesem gottverlassenen Dorf hat mich irgendein längst verscharrtes Weib einmal geboren, ohne viel zu denken und reichlich sinnlos. Und so habe ich mich dennoch dreizehnjährig in einer Regennacht fortgestohlen. Da sind wir nun also wieder. Liebes Auffreund, es hat keinen Sinn. Der Tod wartet nicht. Und jetzt warf er mit einer fast unmerklichen Bewegung der Hand das Messer genau und scharf Berlachs Wange streifend tief in den Lehnstuhl. Der Alte rührte sich nicht. Der andere lachte. Du glaubst nun also, ich hätte diesen Schmied getötet? Ich habe diesen Fall zu untersuchen. Der andere stand auf und nahm die Mappe zu sich. Die nehme ich mit. Einmal wird es mir gelingen, deine Verbrechen zu beweisen. Und jetzt ist die letzte Gelegenheit. In der Mappe sind die einzigen, wenn auch dürftigen Beweise, die Schmied in Lambo für dich gesammelt hat. Ohne diese Mappe bist du verloren. Abschriften oder Fotokopien besitzest du nicht. Ich kenne dich. Nein, ich habe nichts dergleichen. Willst du nicht den Revolver brauchen, mich zu hindern? Du hast die Munition raus rausgenommen. Eben, sagte der andere und klopfte ihm auf die Schultern. Dann ging er am alten vorbei, die Türe öffnete sich, schloss sich wieder, draußen ging eine zweite Türe. Berlach saß immer noch in seinem Lehnstuhl, die Wange an das kalte Eisen des Messers gelehnt. Doch plötzlich ergriff er die Waffe und schaute nach. Sie war geladen. Er sprang auf, lief in den Vorraum und dann zur Haustüre, die er aufriss, die Waffe in der Faust. Die Straße war leer. Dann kam der Schmerz, der ungeheure, wütende, stechende Schmerz. Eine Sonne, die in ihm aufging, ihn aufs Lager warf, zusammenkrümmte, mit Fiebergluten überbrühte, schüttelte. Der wälzte sich über den Teppich und blieb dann liegen, irgendwo in seinem Zimmer zwischen den Stühlen, mit kaltem Schweiß bedeckt. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? stöhnte er leise. Doch kam er wieder hoch. Nach dem Anfall fühlte er sich besser. Schmerzfrei seit Langem. Er trank angewärmten Wein, in kleinen, vorsichtigen Schlücken. Sonst nahm er nichts zu sich. Er verzichtete jedoch nicht, den gewohnten Weg durch die Stadt und über die Bundesterrasse zu gehen, halb schlafend zwar, aber jeder Schritt in der reingefegten Luft hat ihm wohl. Lutz, dem er bald darauf im Büro gegenüber saß, bemerkte nichts, war vielleicht auch zu sehr mit seinem schlechten Gewissen beschäftigt, um etwas bemerken zu können. Er hatte sich entschlossen, Berlach über die Unterredung mit von Schwendi noch diesen Nachmittag zu orientieren, nicht erst gegen Abend, hatte sich dazu auch in eine kalte, sachliche Positor mit vorgereckter Brust geworfen, wie der General auf Traffelis Bild über ihn, den alten in forschen Telegram Stil unterrichtend. Zu seiner maßlosen Überraschung hatte jedoch der Kommissär nichts dagegen einzuwenden. Er war mit allem einverstanden, er meinte, es sei weitaus das Beste, den Entscheid des Bundeshauses abzuwarten und die Nachforschungen hauptsächlich auf das Leben Schmieds zu konzentrieren. Lutz war dermaßen überrascht, dass er seine Haltung aufgab und ganz leutzelig und gesprächig wurde. Natürlich habe ich mich über Gastmann orientiert und weiß genug von ihm, um überzeugt zu sein, dass er unmöglich als Mörder irgendwie in Betracht kommen kann. Lutz, der über Mittag von Biel einige Informationen erhalten hatte, spielte den sicheren Mann. Gebürtig aus Pockau in Sachsen, Sohn eines Großkaufmanns in Lederwaren, erst Argentinier, deren Gesandter in China er war, er muss in der Jugend nach Südamerika ausgewandert sein, dann Franzose, meistens auf ausgedehnten Reisen. Er trägt das Kreuz der Ehrenlegion und ist durch Publikationen über biologische Fragen bekannt geworden. Bezeichnet für seinen Charakter ist die Tatsache, dass er es ablehnte, in die französische Akademie aufgenommen zu werden. Das imponiert mir. Ein interessanter Zug. Über seine zwei Diener werden noch Erkundigungen eingezogen. Sie haben französische Pässe, scheinen jedoch aus dem Emmental zu stammen. Er hat sich mit ihnen an der Beerdigung einen bösen Spaß geleistet. Das scheint Gaspmanns Art zu sein, Witze zu machen. Er wird sich eben über seinen toten Hund ärgern. Vor allem ist der Fall Schmied für uns ärgerlich. Wir stehen in einem vollkommen falschen Licht da. Wir können von Glück reden, dass ich mit von Schwendi befreundet bin. Gastmann ist ein Weltmann und genießt das volle Vertrauen schweizerischer Unternehmer. Dann wird das schon richtig sein. Seine Persönlichkeit steht über jedem Verdacht. Entschieden. Leider können wir das nicht mehr von Schmied sagen, schloss Lutz und ließ sich mit dem Bundeshaus verbinden. Doch wie er am Apparat wartete, sagte plötzlich der Kommissär, der sich schon zum Gehen gewandt hatte, Ich muss Sie um eine Woche Krankheitsurlaub bitten, Herr Doktor. Es ist gut. Am Montag brauchen Sie nicht zu kommen, antwortete Lutz, die Hand vor die Muschel haltend, denn man meldete sich schon. In Berlachs Zimmer wartete Chance, der sich beim Eintreten des Alten erhob. Er gab sich ruhig, doch der Kommissär spürte, dass der Polizist nervös war. Fahren wir zu Gast, Mann, es ist höchste Zeit. Zum Schriftsteller. Umwege, alles Umwege, wetterte Chance, hinter Berlach die Treppen hinuntergehend. Der Kommissär blieb im Ausgang stehen. Da steht ja Schmieds blauer Mercedes. Chance sagte, er habe ihn gekauft, auf Abzahlung. Irgendwem müsste ja jetzt der Wagen gehören und stieg ein. Berlach setzte sich neben ihn und Chance fuhr über den Bahnhofplatz gegen Bethlehem. Berlach brummte, du fährst ja wieder über Inns. Ich liebe diese Strecke. Berlach schaute in die reingewaschenen Felder hinein. Es war alles in helles, ruhiges Licht getaucht. Eine warme, sanfte Sonne hing am Himmel, senkte sich schon leicht gegen Abend. Die beiden schwiegen. Nur einmal zwischen Kerzers und Münchemier fragte Chance Frau Schönler sagte mir, sie hätten aus Schmiedszimmer eine Mappe mitgenommen. Nichts Amtliches Chance nur Privatsache. Chance entgegnete nichts, frug auch nicht mehr. Nur dass Berlach auf den Geschwindigkeitsmesser klopfen musste, der bei 125 zeigte. Nicht so schnell Chance nicht so schnell, nicht dass ich Angst habe, aber mein Magen ist nicht in Ordnung. Ich bin ein alter Mann. Der Schriftsteller empfing sie in seinem Arbeitszimmer. Es war ein alter niedriger Raum, der die beiden zwang, sich beim Eintritt durch die Türe wie unter ein Joch zu bücken. Draußen bellte noch der kleine weiße Hund, mit dem schwarzen Kopf und irgendwo im Hause schrie ein Kind. Der Schriftsteller saß vorne beim gotischen Fenster, bekleidet mit einem Overall und einer braunen Lederjacke. Er drehte sich auf seinem Stuhl gegen die Eintretenden um, ohne den Schreibtisch zu verlassen, der dicht mit Papier besät war. Er erhob sich jedoch nicht, ja, grüßte kaum, fragte nur, was die Polizei von ihm wolle. Er ist unhöflich, dachte Berlach. Er liebt die Polizisten nicht, Schriftsteller haben Polizisten nie geliebt. Der Alte beschloss, vorsichtig zu sein, auch Chance war von der ganzen Angelegenheit nicht angetan. Auf alle Fälle sich nicht beobachten lassen, sonst kommen wir noch in ein Buch, dachten sie ungefähr beide. Aber wie sie auf eine Handbewegung des Schriftstellers hin in weichen Lehnstühlen saßen, merkten sie überrascht, dass sie im Lichte des kleinen Fensters waren, während sie in diesem niedrigen grünen Zimmer zwischen den vielen Büchern das Gesicht des Schriftstellers kaum sahen. So heimtückisch war das Gegenlicht. »Wir kommen in der Sache Schmied, der über Zwann ermordet worden ist,« fing der Alte an. »Ich weiß, in der Sache Dr. Prantls, der Gastmann ausspionierte. Gastmann hat es mir erzählt,« antwortete die dunkle Masse zwischen dem Fenster und ihnen. Für kurze Momente leuchtete das Gesicht auf, erzündete sich eine Zigarette an. Die zwei sahen noch, wie sich das Gesicht zu einer grinsenden Grimasse verzog. »Sie wollen mein Alibi? Nein. Sie trauen mir dem Mord nicht zu? Nein, Ihnen nicht. Da haben wir es wieder. Die Schriftsteller werden in der Schweiz aufs Traurigste unterschätzt. Der Alte lachte. Wenn Sie es absolut wissen wollen, wir haben ihr Alibi natürlich schon. Um halb eins sind Sie in der Mordnacht zwischen Lammlingen und Schernels dem Bannwart begegnet und gingen mit ihm heim. Sie hatten den gleichen Heimweg. Sie seien sehr lustig gewesen, hat der Bannwart gesagt. Ich weiß. Der Polizist von Twan fragte schon zweimal den Bannwart über mich aus und alle anderen Leute hier und sogar meine Schwiegermutter. Ich war ihnen also doch mordverdächtig, stellte der Schriftsteller stolz fest. Auch eine Art schriftstellerischer Erfolg. Und Berlach dachte, es sei eben die Eitelkeit des Schriftstellers, dass er ernst genommen werden wolle. Alle drei schwiegen und Chance versuchte angestrengt dem Schriftsteller ins Gesicht zu sehen. Es war nichts zu machen in diesem Licht. Was wollen Sie denn noch? fauchte endlich der Schriftsteller. Sie verkehren viel mit Gastmann. Ein Verhör? fragte die dunkle Masse und schob sich noch mehr vors Fenster. Ich habe jetzt keine Zeit. Seien Sie bitte nicht so unbarmherzig. Wir wollen uns doch nur etwas unterhalten. Der Schriftsteller brummte. Berlach setzte wieder an. Sie verkehren viel mit Gastmann. Hin und ließ den beiden ganze Schwaden von Zigarettenrauch ins Gesicht und sagte Ein interessanter Mensch dieser Gastmann. Kommissär, so einer lockt die Schriftsteller wie Fliegen an. Er kann herrlich kochen. Wundervoll. Hören Sie. Und nun fing der Schriftsteller an, über Gastmanns Kochkunst zu reden, ein Gericht nach dem anderen zu beschreiben. Fünf Minuten hörten die beiden zu und dann noch einmal fünf Minuten. Als der Schriftsteller jedoch nun schon eine Viertelstunde von Gastmanns Kochkunst geredet hatte und von nichts anderem als von Gastmanns Kochkunst, stand Schanz auf und sagte, sie seien leider nicht der Kochkunst zuliebe gekommen. Aber Berlach widersprach, ganz frisch geworden, das interessiere ihn, und nun fing Berlach auch an. Der Alte lebte auf und erzählte nun seinerseits von der Kochkunst der Türken, der Rumänen, der Bulgaren, der Jugoslawen, der Tschechen, die beiden warfen sich Gerichte wie Fangbälle zu. Chanz schwitzte und fluchte innerlich. Die beiden waren von der Kochkunst nicht mehr abzubringen, aber endlich, nach Dreiviertelstunden hielten sie ganz erschöpft wie nach einer langen Mahlzeit inne. Der Schriftsteller zündete sich eine Zigarre an. Es war still. Nebenan begann das Kind wieder zu schreien. Unten bellte der Hund. Da sagte Chanz ganz plötzlich ins Zimmer hinein, Hat Gastmann den Schmied getötet? Die Frage war primitiv. Der Alte schüttelte den Kopf und die dunkle Masse vor ihnen sagte, Sie gehen wirklich aufs Ganze. Ich bitte zu antworten, sagte Chanz entschlossen und beugte sich vor. Doch blieb das Gesicht des Schriftstellers unerkennbar. Berlach war neugierig, wie nun wohl der Gefragte reagieren würde. Der Schriftsteller blieb ruhig. Wann ist denn der Polizist getötet worden? Dies sei nach Mitternacht gewesen, antwortete Chanz. Ob die Gesetze der Logik auch auf der Polizeigültigkeit hätten, wisse er natürlich nicht, entgegnete der Schriftsteller und er zweifle sehr daran, doch, da er, wie die Polizei ja in ihrem Fleiß festgestellt hätte, um halb eins auf der Straße nach Schernels dem Bannwart begegnet sei und sich demnach kaum zehn Minuten vorher von Gastmann verabschiedet haben müsse, könne Gastmann offenbar doch nicht gut der Mörder sein. Chanz wollte weiter wissen, ob noch andere Mitglieder der Gesellschaft um diese Zeit bei Gastmann gewesen seien. Der Schriftsteller verneinte die Frage. Verabschiedete Sie schmieden mit den Anderen? Dr. Prantl pflegte sich stets als Zweitletzter zu empfehlen, antwortete der Schriftsteller nicht ohne Spott. Und als Letzter? Ich waren beide Diener zugegen. Ich weiß es nicht. Chanz wollte wissen, warum nicht eine klare Antwort gegeben werden könne. Er denke, die Antwort sei klar genug, schnauzte ihn der Schriftsteller an. Diener dieser Sorte pflege er nie zu beachten. Ob Gastmann ein guter Mensch oder ein schlechter sei, fragte Chance, mit einer Art Verzweiflung und einer Hemmungslosigkeit, die den Kommissär wie auf glühenden Kohlen sitzen ließ. Wenn wir nicht in den nächsten Roman kommen, ist es das reinste Wunder, dachte er. Der Schriftsteller blies Chance eine solche Rauchwolke ins Gesicht, dass er husten musste. Auch blieb es lange still im Zimmer, nicht einmal das Kind hörte man mehr schreien. Gastmann ist ein schlechter Mensch, sagte endlich der Schriftsteller. Und trotzdem besuchen sie ihn öfters und nur weil er gut kocht, fragte Chance nach einem neuen Hustenanfall empört. Nur. Das verstehe ich nicht, der Schriftsteller lachte. Er sei eben auch eine Art Polizist, sagte er, aber ohne Macht, ohne Staat, ohne Gesetz, und ohne Gefängnis hinter sich. Es sei auch sein Beruf, den Menschen auf die Finger zu sehen. Chance schwieg verwirrt und Berlach sagte, ich verstehe, und dann nach einer Weile, als die Sonne im Fenster erlosch, nun hat uns mein untergebener Chance mit seinem übertriebenen Eifer in einen Engpass hineingetrieben, aus dem ich mich wohl kaum mehr werde herausfinden können, ohne Haare zu lassen. Aber die Jugend hat auch etwas Gutes. Genießen wir den Vorteil, dass uns ein Ochse in seinem ungestümten Weg bahnte. Chance wurde bei diesen Worten des Kommissärs rot vor Ärger. Bleiben wir bei den Fragen und bei den Antworten, die nun in Gottes Namen gefallen sind. »Fassen wir fassen wir die Gelegenheit beim Schopf. Wie denken Sie sich nun die Angelegenheit, mein Herr? Ist Gastmann fähig, als Mörder in Frage zu kommen?« Im Zimmer war es nun rasch dunkler geworden, doch fiel es dem Schriftsteller nicht ein, Licht zu machen. Er setzte sich in die Fensternische, sodass die beiden Polizisten wie Gefangene in einer Höhle saßen. »Ich halte Gastmann zu jedem verbrechenfähig,« kam es brutal vom Fenster her, mit einer Stimme, die nicht ohne Heimtücke war. Doch ich bin überzeugt, dass er den Mord ein Schmied nicht begangen hat. »Sie kennen Gastmann. Ich mache mir ein Bild von ihm. Sie machen sich Ihr Bild von ihm,« korrigierte der alte Kühl die dunkle Masse vor ihnen im Fenster Rahmen. »Was mich an ihm fasziniert, ist nicht so sehr seine Kochkunst, obgleich ich mich nicht so leicht für etwas anderes mehr begeisterte, sondern die Möglichkeit eines Menschen, der nun wirklich ein Nihilist ist. Es ist immer atemraubend, einem Schlagwort in Wirklichkeit zu begegnen. Es ist vor allem immer atemraubend, einem Schriftsteller zuzuhören. Vielleicht hat Gastmann mehr Gutes getan, als wir drei zusammen, die wir hier in diesem schiefen Zimmer sitzen. Wenn ich ihn schlecht nenne, so darum, weil er das Gute ebenso aus einer Laune, aus einem Einfall Tut wie das Schlechte, welches ich ihm zutraue. Er wird nie das Böse tun, um etwas zu erreichen, wie andere ihre Verbrechen begehen, um Geld zu besitzen, eine Frau zu erobern oder Macht zu gewinnen. Er wird es tun, wenn es sinnlos ist. Vielleicht. Denn bei ihm sind immer zwei Dinge möglich. Das Schlechte und das Gute. Und der Zufall entscheidet. Sie folgen dies, als wäre es Mathematik. Es ist auch Mathematik. Man könnte sein Gegenteil im Bösen konstruieren, wie man eine geometrische Figur als Spiegelbild einer anderen konstruiert. Und ich bin sicher, dass es auch einen solchen Menschen gibt. Irgendwo. Vielleicht werden sie auch diesem begegnen. Begegnet man einem, begegnet man dem anderen. Das klingt wie ein Programm. Nun, es ist auch ein Programm. Warum nicht? So denke ich mir als Gastmanns Spiegelbild einen Menschen, der ein Verbrecher wäre, weil das Böse seine Moral, seine Philosophie darstellt. Dass er ebenso fanatisch täte wie ein anderer aus Einsicht das Gute. Der Kommissar meinte, man solle lieber auf Gastmann zurückkommen, der liege ihm näher. Wie Sie wollen. Kommen wir auf Gastmann zurück, Kommissar, zu diesem einen Pol des Bösen. Bei ihm ist das Böse nicht der Ausdruck einer Philosophie oder eines Triebes, sondern seiner Freiheit. Der Freiheit des Nichts. Für diese Freiheit gebe ich keinen Pfennig. Sie sollen auch keinen Pfennig dafür geben. Aber man könnte sein Leben daran geben, diesen Mann und diese seine Freiheit zu studieren. Sein Leben? Der Schriftsteller schwieg. Er schien nichts mehr sagen zu wollen. Ich habe es mit einem wirklichen Gastmann zu tun, sagte der Alte endlich. Mit einem Menschen, der bei Lammlingen auf der Ebene des Tessenberges wohnt und Gesellschaften gibt, die einem Polizeileutnant das Leben gekostet haben. Ich sollte wissen, ob das Bild, das sie mir gezeigt haben, das Bild Gastmanns ist, oder jenes ihrer Träume, unserer Träume, sagte der Schriftsteller der Kommissär schwieg. Ich weiß es nicht. schloss der Schriftsteller und kam auf die beiden zu, sich zu verabschieden, nur Berlach die Hand reichend, nur ihm. Ich habe mich um dergleichen nie gekümmert. Es ist schließlich Aufgabe der Polizei, diese Frage zu untersuchen. Die zwei Polizisten gingen wieder zu ihrem Wagen, vom weißen Hündchen verfolgt, das sie wütend anbellte, und Chance setzte sich ans Steuer. Er sagte, dieser Schriftsteller gefällt mir nicht. Berlach ordnete den Mantel, bevor er einstieg. Das Hündchen war auf einer Rebmauer geklettert und bellte weiter. Nun zu Gast, Mann, sagte Chance und ließ den Motor anspringen. Der Alte schüttelte den Kopf nach Berl. Sie fuhren gegen Ligerts hinunter, hinein in ein Land, das sich ihnen in einer ungeheuren Tiefe öffnete. Weit ausgebreitet lagen die Elemente da. Stein, Erde, Wasser. Sie selbst fuhren im Schatten, aber die Sonne, hinter den Tessenberg gesunken, beschien noch den See, die Insel, die Hügel, die Vorgebirge, die Gletscher am Horizont und die übereinander getürmten Wolken Ungetüme, dahin schwimmend in den blauen Meeren des Himmels. Unbeirrbar schaute der Alte in dieses sich unaufhörlich ändernde Wetter des Vorwinters. Immer dasselbe, wie es sich auch ändert, immer dasselbe, dachte er. Doch wie die Straße je sich wandte und der See, ein gewölbter Schild, senkrecht unter ihnen lag, hielt Schanz an. Ich muss mit Ihnen reden, Kommissär, sagte er aufgeregt. Was willst du, fragte Berlach die Felsen hinab schaunt. Wir müssen Gastmann aufsuchen, es gibt keinen anderen Weg weiterzukommen, das ist doch logisch, vor allem müssen wir die Diener verhören. Berlach lehnte sich zurück und saß da, ein ergrauter, soignierter Herr, den Jungen neben sich, aus seinen kalten Augenschlitzen ruhig betrachtend. Mein Gott, wir können nicht immer tun, was logisch ist, Chance. Lutz will nicht, dass wir Gastmann besuchen, das ist verständlich, denn er muss den Fall dem Bundesanwalt übergeben. Warten wir dessen Verfügung ab. Wir haben es eben mit heiklen Ausländern zu tun. Berlachs nachlässige Art machte Chance wild. Das ist doch Unsinn. Lutz sabotiert mit seiner politischen Rücksichtnahme die Untersuchung. Von Schwendi ist sein Freund und Gastmanns Anwalt. Da kann man sich doch sein Teil denken. Berlach verzog nicht einmal sein Gesicht. Es ist gut, dass wir allein sind, Chance. Lutz hat vielleicht etwas voreilig, aber mit guten Gründen gehandelt. Das Geheimnis liegt bei Schmied und nicht bei Gastmann. Chance ließ sich nicht beirren. Wir haben nichts anderes als die Wahrheit zu suchen. Die Wahrheit und nur die Wahrheit, wer Schmiedsmörder ist. Du hast recht. Die Wahrheit, wer Schmiedsmörder ist, wiederholte Berlach, aber unpathetisch und kalt. Der junge Polizist legte dem Alten die Hand auf die linke Schulter, schaute ihm ins undurchdringliche Antlitz. Deshalb haben wir mit allen Mitteln vorzugehen, und zwar gegen Gastmann. Eine Untersuchung muss lückenlos sein. Man kann nicht immer alles tun, was logisch ist, sagen sie, aber hier müssen wir es tun. Wir können Gastmann nicht überspringen. Gastmann ist nicht der Mörder. Die Möglichkeit besteht, dass Gastmann den Mord angeordnet hat. Wir müssen seine Diener vernehmen. Ich sehe nicht den geringsten Grund, der Gastmann hätte veranlassen können, Schmied zu ermorden. Wir müssen den Täter dort suchen, wo die Tat einen Sinn hätte haben können. Und dies geht nur dem Bundesanwalt etwas an. Auch der Schriftsteller hält Gastmann für den Mörder. Auch du hältst ihn dafür? Auch ich, Kommissär. Dann du allein. Der Schriftsteller hält ihn nur zu jedem Verbrechen fähig. Das ist ein Unterschied. Der Schriftsteller hat nichts über Gastmanns Taten ausgesagt, sondern nur über seine Potenz. Nun verlor der andere die Geduld. Er packte den Alten bei den Schultern. Briefträger. Das gebe ich zu, Chance, sagte Berlach, unbeweglich in das verzweifelte Gesicht des Jungen starrend. Jahrelang bist du im Schatten dessen gestanden, der nun ermordet worden ist. Nur weil er bessere Schulen hatte, nur weil er Lateinisch konnte. Du tust ihm Unrecht. Schmied war der beste Kriminalist, den ich je gekannt habe. Und jetzt, da ich einmal eine Chance habe, soll alles wieder für nichts sein, soll meine einmalige Gelegenheit hinaufzukommen, in einem blödsinnigen diplomatischen Spiel zugrunde gehen. Nur Sie können das noch ändern, Kommissär. Sprechen Sie mit Lutz. Nur Sie können ihn bewegen, mich zu Gastmann gehen zu lassen. Nein, Chance, ich bin nicht mehr für diese Dinge zu haben, ich bin alt und krank, da braucht man seine Ruhe. Du musst dir selber helfen. Gut, dann nicht. Sie können mir nicht helfen, sagte Chance, ließ plötzlich von Berlach ab und ergriff wieder das Steuer, wenn auch totenbleich und zitternd. Sie fuhren wieder gegen Ligerts hinunter. Du bist doch in Grindelwald in den Ferien gewesen. Pension Eiger? fragte der Alte. Jawohl, Kommissär. Still und nicht zu teuer? Wie Sie sagen. Gut, Chance, ich fahre morgen dorthin, um mich auszuruhen. Ich muss in die Höhe. Ich habe für eine Woche Krankenurlaub genommen. Chance antwortete nicht sofort. Erst als sie in die Stimme klang wieder wie sonst. Die Höhe tut nicht immer gut, Kommissär. Noch am selben Abend ging Berlach zu seinem Arzt am Bärenplatz, Dr. Samuel Hungertobel. Die Lichter brannten schon, von Minute zu Minute brach eine immer finsterere Nacht herein. Berlach schaute von Hungertobels Fenster auf den Platz hinunter, auf die wogende Flut der Menschen. Der Arzt packte seine Instrumente Berlach und Hungertobel kannten sich schon lange. Sie waren zusammen auf dem Gymnasium gewesen. Das Herz ist gut, Gott sei Dank, sagte Hungertobel. Hast du Aufzeichnungen über meinen Fall? Eine ganze Aktenmappe, alles deine Krankheit, antwortete der Arzt und wies auf einen Papierstoß auf dem Schreibtisch. Du hast zu niemanden über meine Krankheit geredet, Hungertobel. Aber Hans, das ist doch Arztgeheimnis. fuhr ein blauer Mercedes vor, hielt zwischen anderen Wagen, die dort parkten. Berlach sah genauer hin. Chance stieg aus und ein Mädchen in weißem Regenmantel, über den das Haar in blonden Strähnen floss. Ist bei dir einmal eingebrochen worden, Fritz. Wie kommst du darauf? Nun so. Einmal war mein Schreibtisch durcheinander und deine Krankheitsgeschichte lag oben auf dem Schreibtisch. Geld fehlte keins, ob schon ziemlich viel im Schreibtisch war. Und warum hast du das nicht gemeldet? Geld fehlte wie gesagt keins. Und ich wollte es eigentlich trotzdem melden, aber dann habe ich es vergessen. So, du hast es vergessen. Bei dir wenigstens geht es den Einbrechern gut. Und er dachte... Daher weiß es also Gastmann. Er schaute wieder auf den Platz hinunter. Chance trat nun mit dem Mädchen in das italienische Restaurant. Am Tage seiner Beerdigung, dachte Berlach und wandte sich nun endgültig vom Fenster ab. Er sah Hungertobel an, der am Schreibtisch saß und schrieb. Wie steht es nun mit mir? Hast du Schmerzen? Der Alte erzählte ihm seinen Anfall. Das ist schlimm, Hans. Wir müssen dich innerhalb drei Tagen operieren. Es geht nicht mehr anders. Ich fühle mich jetzt wohl wie nie. In vier Tagen wird ein neuer Anfall kommen, Hans. Und den wirst du nicht mehr überleben. Zwei Tage habe ich also noch Zeit. Zwei Tage. Und am Morgen des dritten Tages wirst du mich operieren. Am Dienstag morgen. Am Dienstag morgen. Und dann habe ich noch ein Jahr zu leben, nicht wahr, Fritz? Sagte Berlach und sah undurchdringlich wie immer auf seinen Schulfreund. Der sprang auf und ging durchs Zimmer. Wie kommst du auf solchen Unsinn? Von dem, der meine Krankheitsgeschichte las. Bist du der Einbrecher? Berlach schüttelte den Kopf. Nein, nicht ich. Aber dennoch ist es so, Fritz. Nur noch ein Jahr. Nur noch ein Jahr, antwortete Hungertobel, setzte sich an der Wand seines Ordinationszimmers Zimmers auf einen Stuhl und sah hilflos zu Berlach hinüber, der in der Mitte des Zimmers stand, in ferner, kalter Einsamkeit, unbeweglich und demütig, vor dessen verlorenen Blick der Arzt nun die Augen senkte. Gegen zwei Uhr nachts wachte Berlach plötzlich auf. Er war früh zu Bett gegangen, hatte auch auf den Rathungertobels hin ein Mittel genommen, das erste Mal, so dass er zuerst sein heftiges Erwachen diesen ihm ungewohnten Vorkehrungen zuschrieb. Doch glaubte er wieder durch irgendein Geräusch geweckt worden zu sein. Er war, wie oft, wenn wir mit einem Schlag wach werden, übernatürlich hellsichtig und klar. Dennoch mußte er sich zuerst orientieren und erst nach einigen Augenblicken, die uns dann Ewigkeiten scheinen, fand er sich zurecht. Er lag nicht im Schlafzimmer, wie es sonst seine Gewohnheit war, sondern in der Bibliothek. Denn auf eine schlechte Nacht vorbereitet wollte er, wie er sich erinnerte, noch lesen. Doch mußte ihn mit einem Maler ein tiefer Schlaf übermannt haben. Seine Hände fuhren über den Leib, er war noch in den Kleidern, nur eine Wolldecke hatte er über sich gebreitet. Er horchte. Etwas etwas fiel auf den Boden, es war das Buch, in dem er gelesen hatte. Die Finsternis des fensterlosen Raums war tief, aber nicht vollkommen. Durch die offene Türe des Schlafzimmers ausdrang schwaches Licht, von dort schimmerte der Schein der stürmischen Nacht. Er hörte von Ferne den Wind aufheulen. Mit der Zeit erkannte er im Dunkeln ein Büchergestell und einen Stuhl, auch die Kante des Tisches, auf dem, wie er mühsam erkannte, noch immer der Revolver lag. Da spürte er plötzlich einen Luftzug. Im Schlafzimmer schlug ein Fenster. Dann schloss sich die Türe mit einem heftigen Schlag. Unmittelbar nachher hörte der Alte vom Korridor her ein leises Schnappen. Er begriff. Jemand hatte die Haustüre geöffnet und war in den Korridor gedrungen, jedoch ohne mit der Möglichkeit eines Luftzuges zu rechnen. Berlach stand auf und machte an der Stehlampe Licht. Er ergriff den Revolver und entsicherte ihn. Da machte auch der andere im Korridor Licht. Berlach, der durch die halboffene Tür die brennende Lampe erblickte, war überrascht, denn er sah in dieser Handlung des Unbekannten keinen Sinn. Er begriff erst, als es zu spät war. Er sah die Silhouette eines Arms und einer Hand, die in die Lampe griff, dann die Lampe herausgerissen und einen Kurzschluss herbeigeführt. Berlach stand in vollkommener Dunkelheit. Der andere hatte den Kampf aufgenommen und die Bedingungen gestellt. Berlach musste im Finstern kämpfen. Der Alte umklammerte die Waffe und öffnete vorsichtig die Türe zum Schlafzimmer. Er betrat den Raum. Durch die Fenster fiel ungewisses Licht, zuerst kaum wahrnehmbar, das sich jedoch, wie sich das Auge daran gewöhnt hatte, verstärkte. Berlach lehnte sich zwischen dem Bett und Fenster, das gegen den Fluss ging, an die Wand. Das andere Fenster war rechts von ihm. Es ging neben das Nebenhaus. So stand er in undurchdringlichem Schatten, zwar benachteiligt, dass er nicht ausweichen konnte, doch hoffte er, dass seine Unsichtbarkeit dies aufwöge. Die Türe zur Bibliothek lag im schwachen Licht der Fenster. Er musste den Umriss des Unbekannten erblicken, wenn er sie durchschritt. Da flammte in der Bibliothek der feine Strahl einer Taschenlampe auf, glitt suchend über die Einbände, dann über den Fußboden, über den Sessel, schließlich über den Schreibtisch. Im Strahl lag das Schlangenmesser. Wieder sah Berlach die Hand durch die offene Türe ihm gegenüber. Sie steckte in einem braunen Lederhandschuh, tastete über den Tisch, schloß sich um den Griff des Schlangenmessers. Berlach hob die Waffe, zielte, da erlosch die Taschenlampe. Unverrichteter Dinge ließ der Alte den Revolver wieder sinken, wartete. Er sah von seinem Platz aus durch das Fenster, ahnte die schwarze Masse des unaufhörlich fließenden Flusses, die aufgetürmte Stadt jenseits, die Kathedrale wie ein Pfeil in den Himmel stechend und darüber die treibenden Wolken. Er stand unbeweglich und erwartete den Feind, der gekommen war, ihn zu töten. Sein Auge bohrte sich in den ungewissen Ausschnitt der Türe, er wartete, alles war still, leblos. Dann schlug die Uhr im Korridor. Drei. Er horchte. Leise hörte er von Ferne das Ticken der Uhr. Irgendwo hupte ein Automobil, dann fuhr es vorüber. Leute von einer Bar. Einmal glaubte er, atmen zu hören, doch mußte er sich getäuscht haben. So stand er da, und irgendwo in seiner Wohnung stand der andere. Und die Nacht war zwischen ihnen, diese geduldige, grausame Nacht, die unter ihrem schwarzen Mantel die tödliche Schlange barg, das Messer, das sein Herz suchte. Der Alter atmete kaum. Er stand da und umklammerte die Waffe, kaum dass er fühlte, wie kalter Schweiß über seinen Nacken floss. Er dachte an nichts mehr, nicht mehr an Gastmann, nicht mehr an Lutz, auch nicht mehr an die Krankheit, die an seinem Leibe fraß, Stunde um Stunde, im Begriff, das Leben zu zerstören, das er nun verteidigte, voll Gier zu leben und nur zu leben. Er war nur noch ein Auge, das die Nacht durchforschte, nur noch ein Ohr, das den kleinsten laut überprüfte, nur noch eine Hand, die sich um das kühle Metall der Waffe schloss. Doch nahm er endlich die Gegenwart des Mörders anders wahr, als er geglaubt hatte. Er spürte an seiner Wange eine ungewisse Kälte, eine geringe Veränderung der Luft. Lange konnte er sich das nicht erklären, bis er erriet, dass sich die Türe, die vom Schlafzimmer ins Esszimmer führte, geöffnet hatte. Der Fremde hatte seine Überlegung zum zweiten Male durchkreuzt. Er war auf einem Umweg ins Schlafzimmer gedrungen, unsichtbar, unhörbar, unaufhaltsam. In der Hand das Schlangenmesser. Berlach wusste nun, dass er den Kampf beginnen, dass er zuerst handeln musste, er, der alte, todkranke Mann, den Kampf um ein Leben, das noch ein Jahr dauern konnte, wenn alles gut ging, wenn Hungertobel gut und richtig schnitt. Berlach richtete den Revolver gegen das Fenster, das nach der Aare sah. Dann schoss er, dann noch einmal, dreimal im Ganzen, schnell und sicher, durch die zersplitternde Scheibe hinaus in den Fluss. Dann ließ er sich nieder. Über ihm zischte es. Es war das Messer, das nun federnd in der Wand steckte. Aber schon hatte der Alte erreicht, was er wollte. Im anderen Fenster wurde es Licht, es waren die Leute des Nebenhauses, die sich nun aus ihren geöffneten Fenstern bückten. Zu Tode erschrocken und verwirrt starrten sie in die Nacht. Berlach richtete sich auf, das Licht des Nebenhauses erleuchtete das Schlafzimmer, undeutlich sah er noch in der Esszimmertüre den Schatten einer Gestalt, dann schlug die Haustüre zu, hernach durch den Luftzug die Türe zur Bibliothek, dann die zum Esszimmer, ein Schlag nach dem anderen, das Fenster klappte, darauf war es still. Die Leute vom Nebenhaus starrten immer noch in die Nacht. Der Alte rührte sich nicht an seiner Wand, in der Hand immer noch die Waffe. Er stand da, unbeweglich, als spüre er die Zeit nicht mehr. Die Leute zogen sich zurück, das Licht erlosch. Berlach stand an der Wand, wieder in der Dunkelheit, eins mit ihr, allein im Haus. Nach einer halben Stunde ging er in den Korridor und suchte seine Taschenlampe. Er telefonierte Chance, er solle kommen. Dann vertauschte er die zerstörte Sicherung mit einer neuen, das Licht brannte wieder. Berlach setzte sich in seinen Lehnstuhl, horchte in die Nacht. Ein Wagen fuhr draußen vor, bremste je. Wieder ging die Haustüre, wieder hörte er einen Schritt. Chance betrat den Raum. Man versuchte mich zu töten, sagte der Kommissär. Chance war bleich. Er trug keinen Hut, die Haare hingen ihm wirr in die Stirne und unter dem Wintermantel kam das Pyjama hervor. Sie gingen zusammen ins Schlafzimmer. Chance zog das Messer aus der Wand, mühselig, denn es hatte sich tief in das Holz eingegaben. Mit dem Chance. Der junge Polizist besah sich die zersplitterte Scheibe. Sie haben ins Fenster hineingeschossen, Kommissär? fragte er verwundert. Berlach erzählte ihm alles. Das Beste, was sie tun konnten, brummte der andere. Sie gingen in den Korridor und Chance hob die Glühbirne vom Boden. Schlau, meinte er, nicht ohne Bewunderung und legte sie wieder weg. Dann gingen sie in die Bibliothek Der Alte streckte sich auf den Divan, zog die Decke über sich, lag da, hilflos, plötzlich uralt und wie zerfallen. Chance hielt immer noch das Schlangenmesser in der Hand. Er fragte, »Konnten Sie denn den Einbrecher nicht erkennen? Nein, er war vorsichtig und zog sie schnell zurück. Ich konnte nur einmal sehen, dass er braune Lederhandschuhe trug. Das ist wenig. Es ist nichts. Aber wenn ich ihn auch nicht sah, kaum seinen Atem hörte, ich weiß, wer es gewesen ist. Ich weiß es. Ich weiß es. Das alles sagte alles, sagte der Alte, fast unhörbar. Chance wog in seiner Hand das Messer, blickte auf die graue liegende Gestalt, auf diesen alten, müden Mann, auf diese Hände, die neben dem zerbrechlichen Leib wie verwelkte Blumen neben einem Toten lagen. Dann sah er des liegenden Blick, ruhig, undurchdringlich, und klar waren Berlachs Augen auf ihn gerichtet. Chance legte das Messer auf den Schreibtisch. Morgen müssen Sie nach Grindelwald, Sie sind krank, oder wollen Sie lieber doch nicht gehen? Es ist vielleicht nicht das Richtige, die Höhe. Es ist nun dort Winter. Doch, ich gehe. Dann müssen Sie noch etwas schlafen. Soll ich bei Ihnen wachen? Nein, geh nur, Chance. Gute Nacht, sagte Chance und ging langsam hinaus. Der Alte antwortete nicht mehr, er schien schon zu schlafen. Chance öffnete die Haustüre, trat hinaus, schloss sie wieder. Langsam ging er die wenigen Schritte bis zur Straße, schloss auch die Gartentüre, die offen war, dann kehrte er sich gegen das Haus zurück. Es war immer noch finstere Nacht. Alle Dinge waren verloren in dieser Dunkelheit. Auch die Häuser nebenan. Nur weit oben brannte eine Straßenlampe, ein verlorener Stern in einer düsteren Finsternis, voll von Traurigkeit, voll vom Rauschen des Flusses. Chance stand da und plötzlich stieß einen leisen Fluch aus. Sein Fuß stieß die Gartentüre wieder auf, entschlossen schritt er über den Gartenweg bis zur Haustüre, den Weg, den er gegangen, noch einmal zurückgehend. Er ergriff die Falle und drückte sie nieder. Aber die Haustüre war jetzt verschlossen. Berlacher hob sich um sechs, ohne geschlafen zu haben. Es war Sonntag. Der Alte wusch sich, legte auch andere Kleider an. Dann telefonierte er einem Taxi, essen wollte er im Speisewagen. Er nahm den warmen Wintermantel und verließ die Wohnung, trat in den grauen Morgen hinaus, doch trug er keinen Koffer bei sich. Der Himmel war klar. Ein verbummelter Student wankte vorbei, nach Bier stinkend, grüßte. Der Blase, schon zum zweiten Male durchs Physikum gefallen, der arme Kerl. Da fängt man an zu saufen, dachte Berlach. Das Taxi fuhr heran, hielt, es war ein großer amerikanischer Wagen. Der Chauffeur hatte den Kragen hochgeschlagen. Berlach sah kaum die Augen, der Chauffeur öffnete. Bahnhof, sagte Berlach und stieg ein. Der Wagen setzte sich in Bewegung. Nun, wie geht es dir? Hast du gut geschlafen? sagte eine Stimme neben ihm. Berlach wandte den Kopf, in der anderen Ecke saß Gastmann. Er war in einem hellen Regenmantel und hielt die Arme verschränkt. Die Hände steckten in braunen Lederhandschuhen. So saß er da, wie ein alter spöttischer Bauer. Vorne wandte der Chauffeur sein Gesicht nach hinten, grinste. Der Kragen war jetzt nicht mehr hochgeschlagen. Es war einer der Diener. Berlach begriff, dass er in eine Falle gegangen war. Was willst du wieder von mir? Du spürst mir immer noch nach. Du warst beim Schriftsteller, sagte der in der Ecke, und seine Stimme klang drohend. Das ist mein Beruf. Der andere ließ kein Auge von ihm. Es ist noch jeder umgekommen, der sich mit mir beschäftigt hat, Berlach. Der vorne fuhr wie der Teufel den Aargauer Stalden hinauf. Ich lebe noch, und ich habe mich immer mit dir beschäftigt, antwortete der Kommissär gelassen. Die beiden schwiegen. Der Chauffeur fuhr in rasender Geschwindigkeit gegen den Viktoria-Platz. Ein alter Mann humpelte über die Straße und konnte sich nur mit Mühe retten. Gib doch Acht! Fahr schneller! Ich liebe die Schnelligkeit der Maschinen, rief Gastmann schneidend und musterte den alten Spöttisch. Der Kommissär fröstelte. Er liebte die luftleeren Räume nicht. Sie rasten über die Brücke an einem Tram vorbei und näherten sich über das silberne Band des Flusses tief unter ihnen pfeilschnell der Stadt, die sich ihnen willig öffnete. Die Gassen waren noch öde und verlassen, der Himmel über der Stadt gläsern. Ich rate dir, das Spiel aufzugeben. Es wäre Zeit, deine Niederlage einzusehen, sagte Gastmann und stopfte seine Pfeife. Der Alte sah nach den dunklen Wölbungen der Lauben, an denen sie vorüberglitten, nach den schattenhaften Gestalten zweier Polizisten, die vor der Buchhandlung lang standen. Geist Bülon zum Steg, dachte er, und dann, den Fontane sollte ich doch endlich einmal zahlen. Unser Spiel, antwortete er endlich, können wir nicht aufgeben. Du bist in jener Nacht in der Türkei schuldig geworden, weil du die Wette geboten hast, Gastmann, und ich, weil ich sie angenommen habe. Sie fuhren am Bundeshaus vorbei. Du glaubst immer noch, ich hätte den Schmied getötet. Ich habe keinen Augenblick daran geglaubt, antwortete der Alte, und fuhr dann fort, gleichgültig zusehend, wie der andere seine Pfeife in Brand steckte. Es ist mir nicht gelungen, dich der Verbrechen zu überführen, die du begangen hast. Nun werde ich dich eben dessen überführen, das du nicht begangen hast. Gastmann schaute den Kommissär prüfend an. Auf diese Möglichkeit bin ich noch gar nicht gekommen. Ich werde mich vorsehen müssen. Der Kommissär schrieg. vielleicht bist du ein gefährlicherer Bursche, als ich dachte, alter Mann, meinte Gastmann in seiner Ecke nachdenklich. Der Wagen hielt, sie waren am Bahnhof. Es ist das letzte Mal, dass ich mit dir rede, Berlach. Das nächste Mal werde ich dich töten, gesetzt, dass du deine Operation überstehst. Du irrst dich, sagte Berlach, der auf dem morgendlichen Platz stand, alt und leicht frierend. Du wirst mich nicht töten. Ich bin der Einzige, der dich kennt. Und so bin ich auch der Einzige, der dich richten kann. Ich habe dich zum Tode verurteilt. Du wirst den heutigen Tag nicht mehr überleben. Der Henker, den ich ausersehen habe, wird heute zu dir kommen. Er wird dich töten, denn das muss nun eben einmal in Gottes Namen getan werden. Gastmann zuckte zusammen und starrte den alten verwundert an. Doch dieser ging in den Bahnhof hinein, die Hände im Mantel vergraben, ohne sich umzukehren, hinein in das dunkle Gebäude, das sich langsam mit Menschen füllte. Du Narr! Du Narr! schrie Gastmann nun plötzlich dem Kommissär nach, so laut, dass sich einige Passanten umdrehten. Doch Berlach war nicht mehr zu sehen. Der Tag, der nun immer mehr heraufzog, war klar und mächtig. Die Sonne, ein makelloser Ball, warf harte und lange Schatten, sie höherrollend, nur wenig verkürzend. Die Stadt lag da, eine weiße Muschel, das Licht aufsaugend in ihren Gassen verschluckend, um es nachts mit tausend Lichtern wieder auszuspeien. Ein Ungeheuer, das immer neue Menschen gebar, zersetzte, begrub. Immer strahlender wurde der Morgen, ein leuchtender Schild über dem Verhallen der Glocken. Chance wartete, bleich im Licht, das von den Mauern prallte, eine Stunde lang. Er ging unruhig in den Lauben vor der Kathedrale auf und ab, sah auch zu den Wasserspeiern hinauf, wilde Fratzen, die auf das Pflaster starrten, das im Sonnenlicht lag. Endlich öffneten sich die Portale. Der Strom der Menschen war gewaltig. Lüthi hatte gepredigt, doch sah er sofort den weißen Regenmantel. Anna kam auf ihn zu. Sie sagte, dass sie sich freue, ihn zu sehen und gab ihm die Hand. Sie gingen die Kesslergasse hinauf, mitten im Schwarm der Kirchgänger, umgeben von alten und jungen Leuten, hier ein Professor, da eine sonntäglich herausgeputzte Bäckersfrau, dort zwei Studenten mit einem Mädchen, einige Dutzend Beamte, Lehrer, alle hungrig, alle sich auf ein besseres Essen freuend. Sie erreichten den Casinoplatz, überquerten ihn und gingen ins Marzil hinunter. Auf der Brücke blieben sie stehen. Fräulein Anna, heute werde ich Ulrichs Mörder stellen. Wissen Sie denn, wer es ist? Er schaute sie an, sie stand vor ihm, bleich und schmal. Ich glaube es zu wissen. Werden sie mir, wenn ich ihn gestellt habe, er zögerte etwas in seiner Frage, das gleiche wie ihrem verstorbenen Bräutigam sein? Anna antwortete nicht sofort. Sie zog ihren Mantel enger zusammen, als fröre sie. Ein leichter Wind stieg auf, brachte ihre blonden Haare durcheinander, aber dann sagte sie, so wollen wir es halten. Sie gaben sich die Hand und Anna ging ans andere Ufer. Er sah ihr nach. Ihr weißer Mantel leuchtete zwischen den Birkenstämmen, tauchte zwischen Spaziergängern unter, kam wieder hervor, verschwand endlich. Dann ging er zum Bahnhof, wo er den Wagen gelassen hatte. Er fuhr nach Ligertz. Es war gegen Mittag, als er ankam, denn er fuhr langsam, hielt manchmal auch an, ging rauchend in die Felder hinein, kehrte wieder zum Wagen zurück, fuhr weiter. Er Er hielt in Ligertz vor der Station, stieg dann die Treppe zur Kirche empor, er war ruhig geworden. Der See war tiefblau, die Reben entlaubt und die Erde zwischen ihnen braun und locker. Doch Chance sah nichts und kümmerte sich um nichts. Er stieg unaufhaltsam und gleichmäßig hinauf, ohne sich umzukehren und ohne innezuhalten. Der Weg führte Steilberg an, von weißen Mauern eingefaßt, ließ Rebberg um Rebberg zurück. Chance stieg immer höher, ruhig, langsam, unbeirrbar, die rechte Hand in der Manteltasche. Manchmal kreuzte eine Eidechse seinen Weg. Bussarde stiegen auf. Das Land zitterte im Feuer der Sonne, als wäre es Sommer. Er stieg unaufhaltsam. Später tauchte er in den Wald ein, die Reben verlassend. Es wurde kühler. Zwischen den Stämmen leuchteten die weißen Jura-Felsen. Er stieg immer höher hinan, immer im gleichen Schritt gehend, immer im gleichen stetigen Gang vorrückend und betrat die Felder. Es war Acker und Weideland. Der Weg stieg sanfter. Er schritt an einem Friedhof vorbei, ein Rechteck von einer grauen Mauer eingefaßt, mit weit offenem Tor. Schwarzgekleidete Frauen schritten auf den Wegen. Ein alter, gebückter Mann stand da, schaute dem Vorbeiziehenden nach, der immer weiter schritt, die rechte Hand in der Manteltasche. Er erreichte Prel, schritt am Hotel Bären vorbei und wandte sich gegen L'Ambrois. Die Luft über der Hochebene stand unbewegt und ohne Dunst. Die Gegenstände, auch die entferntesten, traten überdeutlich hervor. Nur der Grat des Chasseralls war mit Schnee bedeckt, sonst leuchtete alles in einem hellen Braun, durchbrochen vom Weiß der Mauern und dem Rot der Dächer von den schwarzen Bändern der Äcker. Gleichmäßig schritt Chance weiter. Die Sonne schien ihm in den Rücken und warf seinen Schatten vor ihm her. Die Straße senkte sich, er schritt gegen die Sägerei, nun schien die Sonne seitlich. Er schritt weiter, ohne zu denken, ohne zu sehen, nur von einem Willen getrieben, von einer Leidenschaft beherrscht. Ein Hund bellte irgendwo, dann kam er heran, beschnupperte den stetig Vordringenden, lief wieder weg. Chance ging weiter, immer auf der rechten Straßenseite, einen Schritt um den anderen, nicht langsamer, nicht schneller, dem Haus entgegen, das nun im Braun der Felder auftauchte, von kahlen Pappeln umrahmt. Chance verließ den Weg und schritt über die Felder. Seine Schuhe versanken in der warmen Erde eines ungepflügten Ackers. Er schritt weiter. Dann erreichte er das Tor. Es war offen. Chance schritt hindurch. Im Hof stand ein amerikanischer Wagen. Chance achtete nicht auf ihn. Er ging zur Haustüre. Auch sie war offen. Chance betrat einen Vorraum, öffnete eine zweite Tür und schritt dann in eine Halle hinein, die das Parterre einnahm. Chance blieb stehen. Durch die Fenster ihm gegenüber fiel grelles Licht. Vor ihm, nicht fünf Schritte entfernt, stand Gastmann und neben ihm riesenhaft die Diener, unbeweglich und drohend. Zwei Schlechter. Alle drei waren in Mänteln, Koffer neben sich getürmt. Alle drei waren reisefertig. Chance blieb stehen. Sie sind es also, sagte Gastmann und sah leicht verwundert das ruhige, bleiche Gesicht des Polizisten und hinter diesem die noch offene Türe. Dann fing er an zu lachen. So meinte es der Alte, nicht ungeschickt. Ganz und gar nicht ungeschickt. Gastmanns Augen waren weit aufgerissen und eine gespenstische Heiterkeit leuchtete in ihnen auf. Ruhig, ohne ein Wort zu sprechen und fast langsam nahm einer der zwei Schlechter einen Revolver aus der Tasche und schoss. Chance fühlte an der linken Achsel einen Schlag, riss die Rechte aus der Tasche und warf sich auf die Seite. Dann schoss er, dreimal, in das nun wie in einem leeren, unendlichen Raume verhallende Lachen Gastmanns hinein. Von Chance durchs Telefon verständigt, eilte Charnel von Lambois herbei, von Twan Klinner und von Biel kam das Überfallkommando. Man fand Chance blutend bei den drei Leichen, ein weiterer Schuss hatte ihn am linken Unterarm getroffen. Das Gefecht musste kurz gewesen sein, doch hatte jeder der drei nun Getöteten noch geschossen. Bei jedem fand man einen Revolver, der einer der Diener hielt den Seinen mit der Hand umklammert. Was sich nach dem Eintreffen Scharnels weiter ereignete, konnte Chance nicht mehr erkennen. Als ihn der Arzt von Neuville verbannt, fiel er zweimal in Ohnmacht. Doch erwiesen sich die Wunden nicht als gefährlich. Später kamen Dorfbewohner, Bauern, Arbeiter, Frauen. Der Hof war überfüllt und die Polizei sperrte ab. Einem Mädchen aber gelang es, bis in die Halle zu dringen, wo es sich laut schreiend über Gastmann warf. Es war die Kellnerin, Scharnels Braut. Er stand dabei, rot vor Wut. Dann brachte man Chance mitten durch die zurückweichenden Bauern in den Wagen. Da liegen sie alle drei, sagte Lutz am anderen Morgen und wies auf die Toten. Aber seine Stimme klang nicht triumphierend. Sie klang traurig und müde. Von Schwendi nickte konsterniert. Der Oberst war mit Lutz im Auftrag seiner Klienten nach Biel gefahren. Sie hatten den Raum betreten, in dem die Leichen lagen. Durch ein kleines, vergittertes Fenster fiel ein schräger Lichtstrahl. Die beiden standen da in ihren Mänteln und froren. Lutz hatte rote Augen. Die ganze Nacht hatte er sich mit Gastmanns Tagebüchern beschäftigt, mit schwer leserlichen, stenografierten Dokumenten. Lutz vergrub seine Hände tiefer in die Taschen. Da stellen wir Menschen aus Angst voreinander Staaten auf, von Schwendi. Umgeben uns mit Wächtern jeder Art, mit Polizisten, mit Soldaten, mit einer öffentlichen Meinung. Aber was nützt es uns? Lutzens Gesicht verzerrte sich, seine Augen traten hervor, und er lachte ein hohles, meckerndes Gelächter in den Raum hinein, der sie kalt und arm umgab. Ein Hohlkopf an der Spitze einer Großmacht, Nationalrat. Und schon werden wir weggeschwemmt. Ein Gastmann. Und schon sind unsere Ketten durchbrochen, die Vorposten umgangen. Von Schwendi sah ein, dass es am besten war, den Untersuchungsrichter auf realen Boden zu bringen, wusste aber nicht recht, wie. Unsere Kreise werden eben von allen möglichen Leuten geradezu schamlos ausgenutzt. Es ist peinlich. Überaus peinlich. Niemand hatte eine Ahnung. Und Schmid, fragte der Nationalrat, froh, auf ein Stichwort gekommen zu sein. Wir haben bei Gastmann eine Mappe gefunden, die Schmid gehörte. Sie enthielt Angaben über Gastmanns Leben und Vermutungen über dessen Verbrechen. Schmid versuchte, Gastmann zu stellen. Er tat dies als Privatperson. Ein Fehler, den er büßen musste. Denn es ist bewiesen, dass Gastmann auch Schmid ermorden ließ. Schmid muss mit der Waffe getötet worden sein, die einer der Diener in der Hand hielt, als ihn Chance erschoss. Die Untersuchung der Waffe hat dies sofort bestätigt. Auch der Grund seiner Mordung ist klar. Gastmann fürchtete, durch Schmid entlarvt zu werden. Schmid hätte sich uns anvertrauen sollen. Aber er war jung und ehrgeizig. Berlach betrat die Totenkammer. Als Lutz den Alten sah, wurde er melancholisch und verbarg die Hände wieder in seinen Taschen. Nun, Kommissär, sagte er und stand von einem Bein auf das andere. Es ist schön, dass wir uns hier treffen. Sie sind rechtzeitig von Ihrem Urlaub zurück und ich kam auch nicht zu spät mit meinem Nationalrat hergebraust. Die Toten sind serviert. Wir haben uns viel gestritten, Berlach. Ich war für eine ausgeklügelte Polizei mit allen Schikanen. Am liebsten hätte ich sie noch mit der Atombombe versehen. Und sie, Kommissär, mehr für etwas Menschliches. Für eine Art Landjägertruppe aus bieteren Großvätern. Begraben wir den Streit. Wir hatten beide Unrecht. Chance hat uns ganz unwissenschaftlich mit seinem bloßen Revolver widerlegt. Ich will nicht wissen, wie. Nun gut, es war Notwehr. Wir müssen ihm glauben und wir dürfen ihm glauben. Die Beute hat sich gelohnt. Die Erschossenen verdienen tausendmal den Tod, wie die schöne Redensaat heißt. Und wenn es nach der Wissenschaft gegangen wäre, schnüffelten wir jetzt bei fremden Diplomaten herum. Ich werde Chance befördern müssen. Aber wie Esel stehen wir da, wir beide. Der Fall Schmied ist abgeschlossen. Lutz senkte den Kopf, verwirrt durch das rätselhafte Schweigen des Alten, sank in sich zusammen, wurde plötzlich wieder der korrekte, sorgfältige Beamte, räusperte sich und wurde, wie er den noch immer verlegenen von Schwendi bemerkte, rot. Dann ging er, vom Oberst begleitet, langsam hinaus in das Dunkel irgendeines Korridors und ließ Berlach allein zurück. Die Leichen lagen auf Tragbaren und waren mit schwarzen Tüchern zugedeckt. Von den kahlen, grauen Wänden blätterte der Gips. Berlach trat zu der mittleren Bahre und deckte den Toten auf. Es war Gastmann. Berlach stand leicht über ihn gebeugt, das schwarze Tuch noch in der linken Hand. Schweigend schaute er auf das wechserne Antlitz des Toten nieder, auf den immer noch heiteren Zug der Lippen. Doch waren die Augenhöhlen jetzt noch tiefer und es lauerte nichts Schreckliches mehr in diesen Abgründen. So trafen sie sich zum letzten Male, der Jäger und das Wild, das nun erledigt zu seinen Füßen lag. Berlach ahnte, dass sich nun das Leben beider zu Ende gespielt hatte und noch einmal glitt sein Blick die Jahre hindurch, legte sein Geist den Weg durch die geheimnisvollen Gänge des Labyrinths zurück, das beider Leben war. Nun blieb zwischen ihnen nichts mehr als die Unermesslichkeit des Todes. Ein Richter, dessen Urteil das Schweigen ist. Berlach stand immer noch gebückt und das fahle Licht der Zelle lag auf seinem Gesicht und auf seinen Händen, umspielte auch die Leiche, für beide geltend, für beide erschaffen, beide versöhnend. Das Schweigen des Todes sank auf ihn, kroch in ihn hinein, aber es gab ihm keine Ruhe wie dem anderen. Die Toten haben immer recht. Langsam deckte Berlach das Gesicht Gastmanns wieder zu. Das letzte Mal, dass er ihn sah. Von nun an gehörte sein Feind dem Grab. Nur ein Gedanke hatte ihn jahrelang beherrscht, den zu vernichten, der nun im kahlen, grauen Raume zu seinen Füßen lag, vom niederfallenden Gips wie mit leichtem, spärlichem Schnee bedeckt. Und nun war dem Alten nichts mehr geblieben als ein müdes Zudecken, als eine demütige Bitte um Vergessen, die einzige Gnade, die ein Herz besänftigen kann. das ein wütendes Feuer verzehrt. Dann, noch am gleichen Tag, Punkt 8, betrat Schanz das Haus des Alten im Altenberg, von ihm dringend für diese Stunde hergebeten. Ein junges Dienstmädchen mit weißer Schürze hatte ihm zu seiner Verwunderung geöffnet, und wie er in den Korridor kam, hörte er aus der Küche das Kochen und Brodeln von Wasser und Speisen, das Klirren von Geschirr. Das Dienstmädchen nahm ihm den Mantel von den Schultern, er trug den linken Arm in der Schlinge. Trotzdem war er im Wagen gekommen. Das Mädchen öffnete ihm die Türe zum Esszimmer, und erstarrt blieb Schanz stehen. Der Tisch war feierlich für zwei Personen gedeckt. In einem Leuchter brannten Kerzen, und an einem Ende des Tisches saß Berlach in einem Lehnstuhl. Von den stillen Flammen rot beschienen ein unerschütterliches Bild der Ruhe. »Nimm Platz, Schanz!« rief der Alte seinem Gast entgegen und wies auf einen zweiten Lehnstuhl, der an den Tisch gerückt war. Schanz setzte sich betäubt. »Ich wusste nicht, dass ich zu einem Essen komme,« sagte er endlich. »Wir müssen deinen Sieg feiern,« antwortete der Alte ruhig und schob den Leuchter etwas auf die Seite, sodass sie sich voll ins Gesicht sahen. Dann klatschte er in die Hände. Die Türe öffnete sich und eine stattliche, rundliche Frau brachte eine Platte, die bis zum Rande überhäuft war mit Sardinen, Krebsen, Salaten von Gurken, Tomaten, Erbsen, besetzt mit Bergen von Mayonnaise und Eiern, dazwischen kalter Aufschnitt, Hühnerfleisch und Lachs. Der Alte nahm von allem. Schanz, der sah, was für eine Riesenportion der Magenkranke aufschichtete, ließ sich in seiner Verwunderung nur etwas Kartoffelsalat geben. »Was wollen wir trinken? Lieger, Sir?« »Gut, Lieger,« antwortete Schanz wie träumend. Das Dienstmädchen kam und schenkte ein. Berlach fing an zu essen, nahm dazu Brot, verschlang den Lachs, die Sardinen, das Fleisch, der roten Krebse, den Aufschnitt, die Salate, die Mayonnaise und den kalten Braten, klatschte in die Hände, verlangte noch einmal. Schanz, wie starr, war noch nicht mit seinem Kartoffelsalat fertig. Berlach ließ sich das Glas zum dritten Male füllen. »Nun die Pasteten und den roten Neuenburger.« Die Teller wurden gewechselt. Berlach ließ sich drei Pasteten auf den Teller legen, gefüllt mit Gänseleber, Schweinefleisch und Trüffeln. »Sie sind doch krank, Kommissär.« »Heute nicht, Schanz, heute nicht. Ich feiere, dass ich Schmiedsmörder endlich gestellt habe. Er trank das zweite Glas roten aus und fing die dritte Pastete an, pausenlos essend, gierig die Speisen dieser Welt in sich hineinschlingend, zwischen den Kiefern zermalmend, ein Dämon, der einen unendlichen Hunger stillte. An der Wand zeichnete sich, zweimal vergrößert, in wilden Schatten seine Gestalt ab, die kräftigen Bewegungen der Arme, das Senken des Kopfes gleich dem Tanz eines triumphierenden Negerhäuptlings. Schanz sah voll Entsetzen nach diesem unheimlichen Schauspiel, das der Todkranke bot. Unbeweglich saß er da, ohne zu essen, ohne den geringsten Bissen zu sich zu nehmen. Nicht einmal am Glas nippte er. Berlach ließ sich Kalbskoteletten, Reis, Pommes frites und grünen Salat bringen, dazu Champagner. Schanz zitterte. Sie verstellen sich, Sie sind nicht krank. Keuchte er. Der andere antwortete nicht sofort. Zuerst lachte er und dann beschäftigte er sich mit dem Salat, jedes Blatt einzeln genießend. Schanz wagte nicht, den grauenvollen Alten ein zweites Mal zu fragen. Ja, Schanz, sagte Berlach endlich und seine Augen funkelten wild. Ich habe mich verstellt. Ich war nie krank. Und er schob sich ein Stück Kalbfleisch in den Mund, aß weiter, unaufhörlich, unersättlich. Da begriff Schanz, dass er in eine heimtückische Falle geraten war, deren Türe nun hinter ihm ins Schloss schnappte. Kalter Schweiß brach aus seinen Poren. Das Entsetzen umklammerte ihn mit immer stärkeren Armen. Die Erkenntnis seiner Lage kam zu spät. Es gab keine Rettung mehr. Sie wissen es, Kommissär. Ja, Schanz, ich weiß es, sagte Berlach fest und ruhig, aber ohne dabei die Stimme zu heben, als spräche er von etwas Gleichgültigem. Du bist Schmiedsmörder. Dann griff er nach dem Glas Champagner und leerte es in einem Zug. Ich habe es immer geahnt, dass Sie es wissen. Der Alte verzog keine Miene. Es war, als ob ihn nichts mehr interessiere als dieses Essen. Unbarmherzig häufte er sich den Teller zum zweiten Mal voll mit Reis, goss Soße darüber, türmte ein Kalbskotelett oben auf. Noch einmal versuchte sich Schanz zu retten, sich gegen den teuflischen Esser zur Wehr zu setzen. Die Kugel stammt aus dem Revolver, den man beim Diener gefunden hat. In Berlachs zusammengekniffenen Augen Wetter leuchtete es verächtlich. Unsinn, Schanz, du weißt genau, dass es dein Revolver ist, den der Diener in der Hand hielt, als man ihn fand. Du selbst hast ihn dem Toten in die Hand gedrückt. Nur die Entdeckung, dass Gastmann ein Verbrecher war, verhinderte dein Spiel zu durchschauen. Das werden sie mir nie beweisen können. Der Alte reckte sich in seinem Stuhl nun nicht mehr krank und zerfallen, sondern mächtig und gelassen. Das Bild einer übermenschlichen Überlegenheit. Ein Tiger, der mit seinem Opfer spielt und trank den Rest des Champagnes aus. Dann ließ er sich von der unaufhörlich kommenden und gehenden Bedienerin Käse servieren. Dazu aß er Radieschen, Salzgurken und Perlzwiebeln. Immer neue Speisen nahm er zu sich, als koste er nur noch einmal zum letzten Male das, was die Erde dem Menschen bietet. Hast du es immer noch nicht begriffen, Chance, dass du mir deine Tat schon lange bewiesen hast? Der Revolver stammt von dir, den Gastmannshund, den du erschossen hast, mich zu retten. Wies eine Kugel vor, die von der Waffe stammen musste, die Schmied den Tod brachte. Von deiner Waffe. Du selbst brachtest die Indizien herbei, die ich brauchte. Du hast dich verraten, als du mir das Leben rettetest. Als ich ihnen das Leben rettete. Darum fand ich die Bestie nicht mehr. Wussten sie, dass Gastmann einen Bluthund besaß? Ja. Ich hatte meinen linken Arm mit einer Decke umwickelt. Dann haben sie mir auch hier eine Falle gestellt. Auch damit. Aber den ersten Beweis hast du mir gegeben, als du mit mir am Freitag über Inns nach Ligerts fuhrst, um mir die Komödie mit dem blauen Charon vorzuspielen. Schmid fuhr am Mittwoch über Zollikofen, das wusste ich, denn er hielt in jener Nacht bei der Garage in Lies. Wie konnten sie das wissen? Ich habe ganz einfach telefoniert. Wer in jener Nacht über Inns und Erlach fuhr, war der Mörder. Du, Chance, du kamst von Grindelwald. Die Pension Eiger besitzt ebenfalls einen blauen Mercedes. Seit Wochen hattest du Schmid jeden seiner Schritte überwacht, eifersüchtig auf seine Fähigkeiten, auf seinen Erfolg, auf seine Bildung, auf sein Mädchen. Du wusstest, dass er sich mit Gastmann beschäftigte. Du wusstest sogar, wann er ihn besuchte, aber du wusstest nicht, warum. Da fiel dir durch Zufall auf seinen Puls die Mappe mit den Dokumenten in die Hände. Du beschlossest, den Fall zu übernehmen und Schmid zu töten, um es würde dir leicht fallen, Gastmann mit einem Mord zu belasten. Wie du nun in Grindelwald den blauen Mercedes saßt, wusstest du deinen Weg. Du hast den Wagen für die Nacht auf den Donnerstag gemietet. Ich ging nach Grindelwald, um das festzustellen. Das Weitere ist einfach. Du fuhrst über Ligerts nach Schernels und ließest den Wagen im Twanbachwald stehen. Du wodurch du auf die Straße Twan Lambo eingelangtest. Bei den Felsen wartetest du Schmied ab. Er erkannte dich und stoppte verwundert. Er öffnete die Türe und dann hast du ihn getötet. Du hast es mir ja selbst erzählt. Und nun hast du was du wolltest. Seinen Erfolg, seinen Posten, seinen Wagen und seine Freundin. Chance hörte dem unerbittlichen Schachspieler zu, der ihn matt gesetzt hatte und nun sein grauenhaftes Mal beendete. Die Kerzen brannten unruhiger, das Licht flackerte auf den Gesichtern der zwei Männer, die Schatten verdichteten sich, Totenstille herrschte in dieser nächtlichen Hölle, die Dienerinnen kamen nicht mehr. Der Alte saß jetzt unbeweglich, erschien nicht einmal mehr zu atmen. Das flackernde Licht umfloss ihn mit immer neuen Wellen, rotes Feuer, das sich am Eis seiner Stirne und seiner Seele brach. Sie haben mit mir gespielt, Schmied, sagte Schmied, Schmied, ich habe mit dir gespielt, antwortete Berlach mit furchtbarem Ernst, ich konnte nicht anders. Du hast mir Schmied getötet und nun musste ich dich nehmen, um Gastmann zu töten, ergänzte Chance, der mit einem Male die ganze Wahrheit begriff. Du sagst es. Mein halbes Leben habe ich hingegeben, Gastmann zu stellen und Schmied war meine letzte Hoffnung. Ich hatte ihn auf den Teufel in Menschengestalt gehetzt, ein edles Tier auf eine wilde Bestie. Aber dann bist du gekommen, Chance, mit deinem lächerlichen verbrecherischen Ehrgeiz und hast mir meine einzige Chance vernichtet. Da habe ich dich genommen, dich, den Mörder, und habe dich in meine furchtbarste Waffe verwandelt, denn dich trieb die Verzweiflung, der Mörder musste einen anderen Mörder finden. Ich machte mein Ziel zu deinem Ziel. Es war für mich die Hölle. Es war für uns beide die Hölle. Von Schwendis Dazwischenkommen trieb dich zum Äußersten. Du musstest auf irgendeine Weise Gastmann als Mörder entlarven. Jedes Abweichen von der Spur, die auf Gastmann deutete, konnte auf deine führen. Nur noch Schmieds Mappe konnte dir helfen. Du wusstest, dass sie in meinem Besitze war, aber du wusstest nicht, dass sie Gastmann bei mir geholt hatte. Darum hast du mich in der Nacht vom Samstag auf den Sonntag überfallen. Auch beunruhigte dich, Ich wusste das vom ersten Moment an. Alles, was ich tat, geschah mit der Absicht, dich in die äußerste Verzweiflung zu treiben. Und wie die Verzweiflung am größten war, gingst du hin nach Lomboy, um irgendwie die Entscheidung zu suchen. Einer von Gastmanns Dienern fing an zu schießen. Ich habe Gastmann am Sonntag morgen gesagt, dass ich einen schicken würde, ihn zu töten. Chance taumelte, es überlief ihn eiskalt. Da haben sie mich und Gastmann aufeinander gehetzt wie Tiere. Bestie gegen Bestie, kam es unerbittlich vom anderen Lehnstuhl her. Dann waren sie der Richter und ich der Henker. Es ist so. Und ich, der ich nur ihren Willen ausführte, ob ich wollte oder nicht, bin nun ein Verbrecher, ein Mensch, den man jagen wird. Schanz stand auf, stützte sich mit der rechten, unbehinderten Hand auf die Tischplatte, nur noch eine Kerze brannte. Schanz suchte, mit brennenden Augen in der Finsternis des alten Umrisse zu erkennen, sah aber nur einen unwirklichen schwarzen Schatten. Unsicher und tastend machte er eine Bewegung gegen die Rocktasche. Lass das, es hat keinen Sinn. Lutz weiß, dass du bei mir bist. Und die Frauen sind noch im Haus, hörte er den alten sagen. Ja, es hat keinen Sinn. Der Fall Schmied ist erledigt, sagte der Alte durch die Dunkelheit des Raumes hindurch. Ich werde dich nicht verraten, aber geh irgendwo hin. Ich will dich nie mehr sehen. Es ist genug. dass ich einen richtete. Geh, geh. Chance ließ den Kopf sinken und ging langsam hinaus, verwachsend mit der Nacht und wie die Türe ins Schloss fiel und wenig später draußen ein Wagen davon fuhr, erlosch die Kerze, den Alten, der die Augen geschlossen hatte, noch einmal in das Licht einer grellen Flamme tauchend. Berlach saß die ganze Nacht im Lehnstuhl ohne aufzustehen, ohne sich zu erheben. Die ungeheure, gierige Lebenskraft, die noch einmal mächtig in ihm aufgeflammt war, sank in sich zusammen, drohte zu erlöschen. Tollkühn hatte der Alte noch einmal ein Spiel gewagt, aber in einem Punkte hatte er Chance belogen. Und als am frühen Morgen bei Tagesanbruch Lutz ins Zimmer stürmte, verwirrt berichtend, Chance sei zwischen Ligerts und Twann unter seinem vom Zug erfassten Wagen tot aufgefunden worden, traf er den Kommissär todkrank. Mühsam befahl der Alte, Hungertobel zu benachrichtigen, jetzt sei Dienstag und man könne ihn operieren. Nur noch ein Jahr, nur noch ein Jahr, hörte Lutz den zum Fenster hinaus in den gläsernen Morgen starrenden Alten sagen. Da hau Jahrh Vielen Dank.